Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Sachverständige, ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Gesundheit und ich freue mich, dass ich zu meiner Linken begrüßen kann, den Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium, Herr Thomas Müller, sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Wir befassen uns heute mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Implantatregisters Deutschland und zur weiteren Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch und dem Antrag der Fraktion der AfD, freiwillige Teilnahme der Patienten am Implantatregister. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung geht es um die Errichtung eines Implantatregisters, um die Sicherheit von Medizinprodukten weiter zu erhöhen. Bereits heute haben wir das Medizinproduktebeobachtungs- und Meldesystem, das die Sicherheit von Medizinprodukten und die Qualität der Versorgung mit Implantaten gewährleisten soll. Zudem gibt es die Maßnahmen der externen Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses, durch die Daten zu ausgewählten Leistungen von Gesundheitseinrichtungen erfasst und analysiert werden. Es fehlt jedoch eine systematische Langzeitbeobachtung, die Produktmängel auch unter der Vorkommnisschwelle oder bis dato unerkannte Versorgungsmängel erfasst. Zwar gibt es bereits wissenschaftliche Register, in denen die Erbringung und Entnahme implantierbarer Medizinprodukte erfasst werden, die Teilnahme ist aber freiwillig. Zudem haben die Register unterschiedliche Zielstellungen und daher auch unterschiedliche Datenstrukturen. Zur Verbesserung der Versorgungsqualität bei implantierten Medizinprodukten hält es die Bundesregierung für erforderlich, ein verbindliches bundesweit angelegtes Implantatregister mit einer verpflichtenden Teilnahme sowohl der Hersteller als auch der Patientinnen und Patienten einzurichten. Die AfD-Fraktion verlangt allerdings in ihrem Antrag, dass das verpflichtende Element für die Patientenschaft nicht gelten soll. Sie setzt auf die Freiwilligkeit der Teilnahme. Darüber und über andere Regelungen werden wir jetzt die nächsten zwei Stunden sprechen. Bevor wir anfangen, noch einmal einige Erläuterungen zur Anhörung. Sie kennen das. Es ist ähnlich wie im Flieger. Da wird also auch immer, obwohl die meisten, die im Flugzeug sitzen, wissen, wie man also sich verhalten soll, hier aber im Ausschuss auch noch einmal dargestellt, wie also diese Anhörung abläuft. Und die Anhörung wird 120 Minuten dauern. Wir werden entsprechend der Größe der Fraktionen die Fragen stellen oder zulassen. Und es wird zwei Runden geben. In der ersten Runde kommen alle Fraktionen zu Wort. In der zweiten Runde nur noch die Fraktionen von CDU, CSU und SPD. Die Zeitkontingente finden Sie auf Ihren Plätzen. Ich darf darum bitten, dass also die Fragen und auch die Antworten möglichst kurz gefasst werden, damit wir viele Fragen abarbeiten können. Ich darf Sie bitten, das Mikrofon zu benutzen und wenn Sie also zur Beantwortung ansetzen, Name und Verband zu benennen. Mobiltelefone sollten ausgeschaltet sein. Ansonsten gibt es die Regel bei uns, dass also fünf Euro für einen guten Zweck eingesammelt werden. Das ist eine Pflichtabgabe. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet wird und im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Außerdem ist die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abzurufen. Und es gibt ein Wortprotokoll der Anhörung auf der Internetseite des Ausschusses. Und ich darf jetzt das Wort erteilen an die Fraktion von CDU, CSU. Und der Kollege Michael Henrich wird die erste Frage stellen. Vielen Dank. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken bei den Sachverständigen, dass sie an dieser Anhörung teilnehmen und uns Rede und Antwort stehen. Und ich würde gerne gleich in die inhaltliche Diskussion zum Implantate-Register-Einrichtungsgesetz einsteigen und dem Herrn Professor Hasenflug als Einzelsachverständige gerne die Frage stellen, welchen Zusatznutzen erwarten Sie von der vorgesehenen Überführung der bereits in Teilen existierenden freiwilligen Implantate-Register zu der jetzt vorgesehenen Einrichtung eines verpflichtenden Implantate-Registers? Vielen Dank. Herr Professor Hasenflug, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin Joachim Hasenflug als Berater tätig gewesen, auch für den Aufbau des EPAD, dort damals Geschäftsführer gewesen. Insofern habe ich dort einiges an Erfahrungen aufbauen können in diesem Bereich. Gegenüber der freiwilligen Erfassung ist die verpflichtende Erfassung in der Lage, eine lückenlose, vollständige Registrierung zu ermöglichen. Das ist ganz entscheidend für die Verlässlichkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse. Denn wenn zum Beispiel Fälle, die problematisch sind, Problembereiche, nicht entsprechend im Register dokumentiert werden, ergibt sich ein ausgesprochen verzerrtes Bild. Und durch diesen Einschluss, der auch dann die privat versicherten Patienten umfasst, bisher waren es nur im freiwilligen Register, was die Endoprothesen angeht, die in AOK und VDEC betroffenen Patienten, ist eine Vollständigkeit gewährleistet. Die großen Kliniken haben in der freiwilligen Situation teilgenommen, die kleinen deutlich weniger. Und man kann, wenn man mal so vorsichtig schaut, sehen, dass in den kleinen Kliniken unter Umständen doch etwas vielleicht mehr Probleme auftreten. Und wenn diese nicht registriert werden, wie gesagt, ein verzerrtes Bild. Und nur wenn wirklich alle dabei sind, haben wir eine zuverlässige Dokumentation für Best-Praxis, für Ausreißer und für Risikofaktoren. Und diese Risikoentwicklung kann hohe Folgekosten verursachen. Für diese Vollständigkeit ist es darüber hinaus sinnvoll vorzusehen, ein Sanktionsinstrument, das es auch wirklich vollständig erfüllt wird, dieser Vergütungsausschluss ist für die Kliniken mit relativ wenig organisatorischem Aufwand verbunden, denn die Entscheidung für eine Implantatgruppe oder ein Implantat fällt nicht im Operationssaal ad hoc vor Ort, sondern die fällt grundsätzlich in einer Vorabentscheidung. Insofern kann hier beim Einkauf gesehen werden, ob ein Implantat in der Produktdatenbank von Seiten des Herstellers angesiedelt ist. Und wenn nicht, und es sollte einmal nicht registriert sein in der Produktdatenbank und trotzdem eingebaut werden, dann wage ich die Vorhersage, das passiert nur einmal, sonst wird der Verwaltungsdirektor schon dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Darüber hinaus bietet diese Vollständigkeit auch für den Erlös der Kliniken dann eine bessere Dokumentation und für die Information der dort beratenden Patienten, denn bisher ist es so, dass eine Klinik keinen systematischen Zugriff auf ihre Ergebnisse hat. Man sitzt dem Patienten im Beratungsgespräch gegenüber, der fragt, was kommt denn dabei raus? Und dann kann man sich nur auf allgemeine Angaben beziehen und dafür ist das Register, wenn es verpflichtend und vollständig ist, eine ganz, ganz große Hilfe. Ein freiwilliges Register hat nur einen Teil der betroffenen Patienten aus der bisherigen Erfahrung abgedeckt. Auch international sind viele Register von der Freiwilligkeit zur Verpflichtung übergegangen, um eine Vollständigkeit zu gewährleisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Prof. Dr. Schmidke von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, herzlichen Dank. Die Frage geht an das Aktionsbündnis Patientensicherheit, vertreten durch Frau Dr. Köster-Steinebach. Wie beurteilen Sie aus Patientensicht die verbindliche Ausgestaltung des Implantateregisters und können Sie in Ihrer Antwort bitte auch auf die von Ihnen erwarteten Vorteile für Patientinnen und Patienten eingehen? Vielen Dank. Frau Dr. Köster-Steinebach, Sie haben das Wort. Ilona Köster-Steinebach für das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Vielen Dank. Zunächst mal sind wir aus Sicht der Patientensicherheit sehr froh über diese Gesetzesinitiative, denn tatsächlich ist es wichtig, dass Patientinnen und Patienten, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, die Implantate vornehmen, vorab informiert darüber sind, wie gut ein Produkt ist, also ob damit inhärente Risiken verbunden sind, die durch die Auswahl eines anderen Produktes vermeidbar sind. Das setzt voraus, dass man relativ schnell und zügig fundierte Daten darüber hat, welches Produkt gegenüber welchen anderen möglicherweise über größere Risiken beinhaltet. Das wiederum bedeutet, um schnell Daten zu bekommen, brauchen wir eine sehr hohe Abdeckung bei den Patienten, sodass wir erhebliche Vorteile darin sehen, wenn es zu einer verpflichtenden Vorgabe sowohl für die Patienten als auch für die Leistungserbringer kommt, dass die Daten natürlich pseudonymisiert in das Register eingespeist werden, pseudonymisiert in Richtung der Patienten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mondstadt von der CDU-CSU-Fraktion. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an das Endoprothesenregister Deutschland, EPRD. Können Sie uns bitte kurz über Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Aufbau und der Anwendung des Endoprothesenregisters berichten? Danke sehr. Vielen Dank. Herr Dr. Hey, Sie haben das Wort. Okay, Andreas Hey von der EPRD Deutsche Endoprothesenregister GmbH, die das Endoprothesenregister Deutschland betreibt. Danke für die Frage. Wir haben Ende 2010 mit dem Aufbau des Registers begonnen, Ende 2012 mit dem Probebetrieb. Das heißt, wir haben jetzt im Betrieb etwa sieben Jahre Erfahrung, über 1,2 Millionen Fälle erfasst. Das heißt, der Aufbau hat, kann man sagen, ging bis letztes Jahr, bis Ende letzten Jahres. Seitdem sind wir in einer Stagnation. Das heißt, wir erfassen jährlich etwa 300.000 Fälle, das sind zwei Drittel aller in Deutschland durchgeführten Hüft- und Knieoperationen, an 750 Kliniken von insgesamt 1.200, hat der Herr Hassenflug schon mal gesagt, das sind vor allen Dingen die großen Häuser, die kleinen Häuser machen fast gar nicht mit. Das heißt, wir sehen hier ganz deutlich, welche Beschränkung die Freiwilligkeit hat. Also wenn wir so weitermachen würden, würden wir sicherlich valide Ergebnisse gewinnen, aber wir würden in der Anzahl der erfassten Fälle nicht mehr weiter steigern können. Das Zweite ist, wie gesagt, wir verfügen jetzt über fast sieben Jahre Erfahrung, haben natürlich viele Höhen und Tiefen durchgemacht, auch viel Lehrgeld gezahlt und sehen uns deshalb als Blaupause für das Implantatregister Deutschland und sind deshalb auch im Grunde dafür, dass man von dieser freiwilligen Situation in ein staatliches Register übergeht. Und die Verpflichtung nochmal, die sollte natürlich für alle gelten, Krankenhäuser, Krankenkassen, private und gesetzliche und natürlich Patienten und auch die Implantathersteller. Vielen Dank. Das Wort hat nochmal Dietrich Mondstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine weitere Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Günther, und die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Perker. Das Freiwillige Endoprothesenregister Deutschland hat in den vergangenen Jahren bereits wertvolle Arbeit im Bereich der Implantatesicherheit und der Versorgungsqualität bei Implantaten geleistet. Unter Darstellung Ihrer Erfahrung mit dem Aufbau und der Anwendung des EPRD kann diese Arbeit unter anderem auch durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen detaillierten Datenflüsse weiterhin sichergestellt werden. Danke sehr. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Günther. Sie haben das Wort. In der Reihenfolge sind Sie gebeten worden, zu antworten. Vielen Dank. Mein Name ist Klaus-Peter Günther und ich spreche für die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, DGOU. Zudem bringe ich noch die Perspektive ein als Vizepräsident der europäischen Orthopäden und auf europäischer Ebene im Implantate-Register in vielen Ländern involviert und kenne deshalb die Rahmenbedingungen. Letztendlich sind die Erfahrungen der DGUC im Aufbau des Implantate-Registers für ein verpflichtendes Register von unschätzbarem Wert, weil, wie bereits angedeutet wurde, die Entwicklung über mittlerweile acht bis zehn Jahre gezeigt hat, dass eine nicht verpflichtende Erfassung erhebliche Lücken aufweisen wird. Und mit diesen Lücken, und das zeigen viele Beispiele aus dem europäischen Raum, eine für Patienten, Kliniken und Industrie sinnvolle Erfassung nicht möglich ist. Das heißt, bisher wurde in den Stellungnahmen überwiegend auf Implantate fokussiert und auf die Problematik der Implantate. Aber wir müssen auch andere Dinge noch berücksichtigen, wie beispielsweise Prozesscharakter, wie wird eine Operation durchgeführt, welche Operationstechniken gibt es, welche Hilfsmittel, beispielsweise Robotik und anderes. Diese Elemente sollten ebenfalls mit erfasst werden. Und das sind Hinweise, die wir in der bisherigen Registerarbeit erarbeiten konnten. Dass die Überführung der Gesellschaften bzw. der Vorarbeit in das Verpflichten der Register erfolgreich ist, hängt sehr davon ab, welche Daten übernommen werden. Es ist aus unserer Sicht absolut notwendig, deshalb, dass neben Implantatdaten, über die bereits gesprochen wurde, Prozessdaten vor Operationen beispielsweise, aber auch Patientendaten. Ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Patienten sprechen, ist ein Patient, welches Körpergewicht hat er, wie schwer belastet er sein Implantat, raucht er, ist er Diabetiker, hat eine höhere Rate an Komplikationen zur Folge. Alle diese Dinge müssen miterfasst werden. Und da haben wir in der DGOC und in der DGU mit entsprechenden Vorarbeiten viele Erfahrungen sammeln können. Das Register sollte neben diesen Prozessmarkmalen zusätzlich patientenrelevante Outcomes erfassen, also die sogenannten PROMs. Das sind Ergebniskriterien, die die Zufriedenheit von Patienten und die Funktion von Patienten erfassen, also nicht nur auf das Implantat fokussiert, denn man kann schlechte Implantate, weil der Patient nicht operationsfähig ist, über viele Jahre im Körper belassen und er kommt dennoch nicht zurecht. Also müssen auch Patientencharakteristika mit erfasst werden. Alle diese Dinge kann die Fachgesellschaft beisteuern, weil sie dort eine entsprechende Erfahrung gesammelt hat und sowohl in der Etablierung des Registers als auch in der Auswertung des Registers entsprechend Unterstützung dann bieten kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Perker. Sie haben das Wort. Zunächst Entschuldigung für mein vorschnelles Antworten. Carsten Perker, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie und Sprecher des Exekutivkomitees des EPRD. Ich kann das nur vollumfänglich unterstützen. Die bisherige Arbeit, über fast schon zehn Jahre hinweg, war außerordentlich erfolgreich. Insofern ist die verpflichtende Einführung für uns natürlich auch Beweis dafür, dass die Welt dieses Register braucht. Wir sehen diese Idee einer Blaupause als außerordentlich angenehm. Wir sehen es etwas kritisch, dass die Beleihung, die jetzt geplant ist, zunächst auf fünf Jahre festgelegt ist. Wir haben hier das Problem, dass die besten Köpfe und das sind jetzt nicht mehr nur die, wie eben gesagt wurde, nationalbesten, sondern europaweit umkämpfte Köpfe natürlich mit einer Fünfjahresperspektive wahrscheinlich nicht sonderlich gerne leben können. Hier sehe ich also die Gefahr, Expertise zu verlieren. Und der zweiten Punkt, den wir unterstützen müssen, ist ganz klar, wir brauchen diese Auswertungsperspektive für die Implantate und auch eine Zugänglichkeit für die Industrie. Diese Register sind weltweit auch wenn mich die Industrie ja nur peripher tangiert, aber sind weltweit natürlich dazu da, Gute von schlechten Implantaten zu unterscheiden. Alle Länder oder alle Hersteller verschiedener Länder nutzen ihre eigenen Register. Das möchte man hoffen, dass das in Deutschland dann auch möglich ist. Und der dritte Aspekt für mich ist, ist die Auswertungsmöglichkeit. Das ist die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, hängt vor allen Dingen mit der aktuellen Datenschutz-Grundverordnung zusammen. Hier wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, eine Möglichkeit zu schaffen, diese Auswertung vielleicht außerhalb der Räume des ICWIC, so wie es jetzt vorgesehen ist, auch zu ermöglichen. Ich sehe die Problematik mit dem Datenschutz, aber wir müssen ja eine Lösung finden. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Gersh-Kippels. Ja, vielen herzlichen Dank. Und zwar richtet sich die Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Joachim Brückmann. Wir kommen jetzt zur technischen Komponente. Kann aus technischer Sicht eine Überführung der bereits in Teilen existierenden freiwilligen Registersysteme in ein verpflichtendes Implantatregister auf der Grundlage des aktuellen Gesetzentwurfes gut gelingen? Und wie beurteilen Sie die vorgesehene technische Umsetzung? Vielen Dank, Herr Brückmann. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Joachim Brückmann. Ich bin derzeit der technische Leiter des Deutschen Länderprothesenregisters und seit mehr als 17 Jahren im Gesundheitswesen tätig im Bereich der Anwendungsentwicklung, Systemanalyse und Architektur von solchen Systemen. In Bezug auf die Inklusionsmöglichkeiten bestehender Register gibt es verschiedene Dinge, auf die man achten muss. Wenn wir von gutem Gelingen sprechen, dann ist das dort möglich, wo die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass Patienten über ein Identifikationsverfahren im alten System vorhanden sind, aus dem die Daten übernommen werden sollen, das in ähnlicher Form auch im neuen Register nachzubauen ist. Das ist nicht unbedingt für alle derzeit existierenden Register der Fall. Deswegen besteht durchaus die Gefahr, dass es einige Register gibt, die übernommen werden sollen oder deren Daten übernommen werden sollen, die man aber nicht in die Langzeitverfolgung integrieren kann, weil sie derzeit die Grundvoraussetzungen nicht erfüllen. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henkel. Ja, und die geht an Herrn Beu von der Bundesärztekammer und Frau Juditzki von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Sie haben in Ihren beiden Stellungnahmen den Punkt kritisiert, dass bei der Verwendung eines nicht vom Hersteller in der DIMDI-Produktdatenbank registrierten Implantats der Vergütungsanspruch entfallen soll. Und diesen Punkt, den Sie da moniert haben, hätten wir gerne noch mal etwas genauer ausgeführt und vor allen Dingen mit der Frage verbunden, wie Ihre Lösung für eine möglichst lückenlose Registrierung von Implantaten aussieht. Denn diese Garantie wollen wir ja nicht beseitigen. Herr Dr. Beu. Ja, vielen Dank. Oliver Beu von der Bundesärztekammer. Ich würde es gerne an einem Beispiel darstellen, was das bedeuten würde, wenn § 35 IREC zur Anwendung käme. Stellen Sie sich vor, ein Implantateingriff wird völlig legeartes durchgeführt. Das Ergebnis der Operation ist für den Patienten völlig zufriedenstellend. Alle Daten werden ordnungsgemäß an das Register gemeldet. Nun stellt sich ex post in der Meldebestätigung des Registers heraus, dass einer der übermittelten, es geht ja meistens um mehrere Artikelnummern vom Hersteller, nicht in der Produktdatenbank registriert wurde. Der Arzt bzw. das Krankenhaus, muss man sich auch unterscheiden, Herr Hasenflug sprach eben von, das Krankenhaus würde das schon organisieren, wir reden ja von Ärzten und Krankenhäusern, also das ist schon ein breites Spektrum, wird also auf einmal diese Behandlung nicht vergütet bekommen, ohne dass Sie etwas dagegen machen können. Aus Sicht der Bundesärztekammer ist dieses einer der wenigen Kritikpunkte, aber es ist eben ein starker Kritikpunkt an dem Entwurf. Die Sanktion trifft aus unserem Meinung nach den Falsch und ist unverhältnismäßig. Es gibt eben keinen Zusammenhang zwischen dieser maximalen Sanktion einerseits und der Qualität der Behandlung bzw. der Qualität des Implantats andererseits. Die hinter dieser Regelung stehende Logik dürfte für Ärzte und Krankenhäuser schwer nachvollziehbar sein, aber auch für den Patienten selbst dürfte es eigentlich schwer zu vermitteln sein, wenn ein Arzt oder ein Krankenhaus kein Geld dafür erhält, obwohl seine Behandlung optimal verlaufen ist. Also eine solche Regelung dürfte insgesamt aus unserer Sicht der Akzeptanz des Registers schaden. Aus Sicht der Bundesärztekammer ist es natürlich wichtig, eine hohe Vollzähligkeit der Eingriffsmeldung und der registrierten Produkte zu erreichen. Das ist jetzt auch schon vermehrt angesprochen worden und dafür soll man auch alles tun. Dazu kann man sich auch von Sanktionen bedienen, das kann man machen, aber wenn man das macht, sollte das angemessen sein. Angemessen wäre es unseres Erachtens bei unterlassenen Eingriffsmeldungen die Ärzte und Krankenhäuser mit Abschlägen zu belegen und bei nicht erfolgten Registrierungen die Hersteller mit Bußgeldern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Joditzki. Herr Joditzki für die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Vielen Dank für die Frage. Wir lehnen die vorgesehene Regelung als völlig inakzeptabel ab. Der Verlust des Vergütungsanspruchs Können Sie das Mikrofon ein bisschen an sich ranziehen? Okay, ist so besser? Entschuldigung. Wir lehnen die vorgesehene Regelung als völlig inakzeptabel ab. Der Verlust des Vergütungsanspruchs für die komplette Behandlung, deren Qualität nicht infrage gestellt wird, nur weil der Hersteller seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist, das Medizinprodukt im Register zu registrieren, ist für uns nicht nachvollziehbar, fachlich auch unbegründet und daher völlig unverhältnismäßig. Wir lehnen es grundsätzlich ab, dass die Kliniken für Unterlassungen der Hersteller haftbar gemacht werden. Das ist allein im Verhandlungswortungsbereich des Herstellers, dass er sein Produkt in die Produktdatenbank einpflegt. Das Krankenhaus hat darauf überhaupt keinen Einfluss und wir können wirklich nicht nachvollziehen, warum wir dafür haftbar gemacht werden. Der Hersteller ist grundsätzlich verpflichtet, die Produkte in die Datenbank einzugeben und es gibt aus unserer Sicht, ehrlich gesagt, auch keinen Grund, warum er das denn nicht tun sollte. Es gibt einen bestimmten Übergangszeitraum sicherlich, bis alle Produkte erfasst sind, aber irgendwann sollten alle Produkte erfasst sein. Und es ist ja auch nicht so, dass in dieser Datenbank nur bestimmte Implantate einer Implantatart gelistet werden sollen, sondern sollen alle Implantate in die Produktdatenbank aufgenommen werden. Deswegen verstehen wir auch nicht, warum wir erst gucken müssen, ob denn dieses Implantat in der Datenbank drin ist. Selbstverständlich sollte jedes verkehrsfähige, das heißt in Verkehr gebrachte Implantat in dieser Datenbank erfasst sein. Und die Kliniken sollten nicht erst nachgucken müssen, ob das denn so ist. Und der einzige Grund für so eine drastische Sanktion zulasten Dritter, die wir uns vorstellen können, ist, dass der Gesetzgeber offenbar die Gefahr sieht, dass halt der Hersteller wirklich nur bestimmte Produkte, die er irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, pushen möchte, in diese Datenbank aufnimmt. Und bestimmte Produkte, wo er sagt, die sind jetzt schon lange und bringen nicht mehr so viel ein, die geben wir da mal nicht ein. Weil ansonsten wüssten wir nicht, warum so eine drastische Regelung hier getroffen wird. Und wir sind halt der Meinung, die Krankenhäuser sollten nicht für etwas außerhalb ihres Verantwortungsbereichs abgestraft werden. Die einzigen, die hier in die Verantwortung genommen werden sollten, sind die Hersteller. Und wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum der Hersteller sein Produkt nicht listet. Ja, ich glaube, das ist klar geworden. Würden wir auch, nicht schon gerade noch zu Ende, würden wir auch denken, dass die Registersteller den Hersteller einfach auffordern kann, etwas zu tun, was er vielleicht bisher versäumt hat. Der Fragesteller ist zufrieden. Und Sie haben auch genau den Punkt getroffen, dass also jetzt die nächste Fragerunde an die Fraktion der SPD geht. Und die erste Frage stellt Frau Dittmar. Ich probiere es mit der Nachbarin. Meine Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Dr. Lühmann. Der Gesetzentwurf sieht eine Verordnungsermächtigung für das BMG vor, mit der das BMG die Verfahrensgrundsätze für die Methodenbewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der vertragsärztlichen Versorgung und im Krankenhaus regeln kann. Wird dadurch der Schutz der Versicherten vor ungeprüften, schädlichen oder unnützen Methoden verbessert? Vielen Dank. Frau Dr. Lühmann, Sie haben das Wort. Gut. Vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Dagmar Lühmann. Ich bin stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Netzwerks für evidenzbasierte Medizin. Und um die Frage kurz und knapp zu beantworten, nein, aus den vorgeschlagenen Regelungen wird es so nicht erkennbar, dass der Schutz der Versicherten vor ungeprüften, schädlichen oder unnützen Methoden verbessert wird. Ich sehe da vor allen Dingen drei problematische Stellen. Ich muss dazu einmal ganz kurz ausholen. Die derzeitigen Regelungen der Entscheidungsfindung über die Einführung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsverfahren für die vertragsärztliche Versorgung oder auch Krankenhausversorgung erfolgt durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. Das Vorgehen und die Anforderungen an die vorzulegenden Unterlagen sind in der Verfahrensordnung des GBA festgelegt und orientieren sich an den Standards der evidenzbasierten Medizin. Diese wiederum definieren wie aussagekräftige wissenschaftliche Belege für die Feststellung des Nutzen-Schaden-Verhältnisses einer Innovation auszusehen haben. Auf diesem Wege entfaltet sich die Anlehnung, die Orientierung an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin einen Schutz vor ungeprüften, schädlichen oder unnützen Methoden. Die jetzt angedachte Verordnungsermächtigung sieht aber genau vor, in diese Prozesse und Anforderungen einzugreifen, ohne dass dort erkenntlich wird, auf welche wissenschaftlichen Standards rekurriert wird. Es ist daher zu befürchten, dass es in der vorgeschlagenen Form eher zu einer Lockerung der Prüfkriterien und damit nicht zu einem verbesserten Schutz, sondern zu einer stärkeren Gefährdung der Versicherten kommt. Ähnliches gilt für die in § 94 angedachte Beanstandungsregelung für die Beschlüsse des GBA. Und ein dritter Aspekt wird noch offensichtlich, an dem ich das Patientenwohl in Gefahr sehe, das betrifft die angedachten Änderungen des 137e, die sich auf die Durchführung von Erprobungen für Methoden beziehen, denen ein Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative attestiert wurde. Potenzial bedeutet ja gerade, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis noch nicht geklärt ist, sondern dass das zu klären ist. Trotzdem wird in dem Paragraf gefordert, möglichst viele betroffene Versicherte in die Erprobung einzubeziehen, was quasi einer Behandlung mit einer nicht ausreichend geprüften, eventuell unnützen oder schädlichen Methode gleichzusetzen ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GBA und an den GKV-Spitzenverband. Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Tatsache, dass das BMG die Verfahrensgrundsätze der Methodenbewertung in einer Rechtsverordnung regeln soll? Und halten Sie diese Rechtsverordnung für notwendig? Herr Professor Hecken, Sie haben das Wort. Ja, Hecken, GBA. Ich kann mich da eigentlich lückenlos dem anschließen, was Frau Lühmann gesagt hat. Erstens sind heute die Grundsätze der Durchführung von Methodenbewertungsverfahren in der Verfahrensordnung des GBA geregelt, die der vollen rechtsaufsichtlichen Kontrolle durch den BMG unterliegt. Also insoweit besteht da heute schon ein sehr weitgehender Handlungsspielraum des BMG, wenn er diese Kriterien für nicht adäquat halten sollte. Zweitens ist das, was BMG jetzt als möglichen Inhalt einer solchen Verordnungsermächtigung im Gesetz vorgesehen hat, weit weg von dem, was jedenfalls als evidenzbasiert bezeichnet werden kann. Hier soll sowohl die Verfahrensstruktur wie auch die zugrunde liegende Methodik, ohne dass auch nur an einer Stelle in der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage auf die internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin Bezug genommen wird, geregelt werden. Das ist vom Bundesrat zu Recht, sage ich, in seiner Stellungnahme sehr scharf kritisiert worden. Hier wird eine Blankoermächtigung ausgestellt, wo eigentlich nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Verkehrssitte Methodenbewertung leiht, in einem Bereich, in dem Produkte, für die es keine Zulassungsstudien gibt, in die Versorgung kommen sollen, implementiert werden sollen. Deshalb hat der gemeinsame Bundesausschuss in seiner Stellungnahme – wir sind ja immer um Konsens bemüht – vorgeschlagen, wenn denn eine solche Ermächtigungsnorm gewollt wäre, diese zu orientieren an dem, was wir heute im 35a SGB V haben. Hier wird ganz klar geregelt, dass der BMG in der Arzneimittelnutzenbewertungsverordnung zwar Regelungen treffen kann, Basis für diese Regelungen, aber die Standards der internationalen evidenzbasierten Medizin sind und das gilt für Medizinprodukte oder Arzneimittel, die vorher ein Zulassungsverfahren durchlaufen haben. Das gilt für Produkte und für Arzneimittel, bei denen ein positives Nutzenschadenverhältnis schon festgestellt worden ist. Und das muss erst recht gelten für Methoden, bei denen wir eben üblicherweise nur eine CE-Zertifizierung haben und es eine Patientengefährdung par excellence darstellen würde, wenn man sagen würde, möglichst breit in die Anwendung, jede Methode für jedermann im 137e, dann faktisch die Zulassung einer Methode unter dem Deckmantel einer Erprobungsstudie und das auf der Basis einer solchen Verordnung aus unserer Sicht untragbar, wenn man nicht die Grundsätze der evidenzbasierten Medizin über Bord werfen will und das unterstelle ich zunächst mal niemandem. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Ich kann mich da meinen Vorrednern voll und ganz anschließen. Es ist bekannt, es gibt eine Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses, wo die Verfahrensgrundsätze festgelegt sind. Diese Verfahrensordnung ist vom BMG genehmigt und auch diese Verfahrensordnung sieht vor, dass in bestimmten Fällen auch an Evidenzmaßstäbe angewertet werden, die eben nicht der höchsten Evidenzklasse entsprechen, weil es eben solche Situationen geben kann. Das wird auch im GBA praktiziert. Aber es ist besonders wichtig, dass wir die Orientierung an den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin festhalten. Ich kann die Schaffung einer Rechtsverordnung dann nur so interpretieren, dass diese Grundsätze gelockert werden sollen und die Evidenzschwelle abgesenkt werden soll. Das halten wir für äußerst problematisch und ich verweise da immer auf das schon alte Beispiel der Hormonersatztherapie in der Menopause. Da gab es Anfang der 2000er Jahre die Empfehlung, dass diese Frauen alle Hormone nehmen sollten und damit vor Brustkrebs und Herzinfarkt geschützt werden sollten. Und dann hat man zum Glück irgendwann eine randomisierte Studie gemacht und festgestellt, dass das Risiko von Brustkrebs und Herzinfarkt in dieser Gruppe höher war als im Durchschnitt der Bevölkerung. Und das ist für mich ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig es ist, an den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin festzuhalten, um Patientinnen und Patienten zu schützen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens von der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband und an das ICWIC. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der GBA immer eine Erprobungsstudie beschließen muss, wenn er bei einer Methode ein Potenzial festgestellt hat. Wie bewerten Sie diese Regelung, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung zur Durchführung einer Erprobungsstudie, die vorgegebenen Fristen für den Beginn der Erprobung und die Forderung, dass möglichst viele Versicherte an der Erprobung teilnehmen sollen? Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Diese Verpflichtung zur Erprobung bedeutet, dass jede Methode, unabhängig davon, ob das sinnhaft ist oder nicht, erprobt werden muss, der GBA hat nach dieser Regelung nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, eine Erprobung eben nicht durchzuführen. Zudem sind die Fristen, die dort vorgegeben sind, für eine valide klinische Forschung überhaupt nicht einhaltbar. Es kommt hinzu, dass der GBA als öffentlicher Auftraggeber bei den Größenordnungen, die eine solche Studie kostet, ausschreiben muss. Allein dieser Prozess kostet mehr als die Zeit, die der Gesetzgeber als Frist zum Erprobungsbeginn angesetzt hat. Die Forderung, möglichst viele Versicherte einzuschließen, widerspricht sämtlichen Grundsätzen der guten klinischen Forschungspraxis. Eine Studie wird ja gerade deshalb gemacht, weil man die Risiken einer Behandlung noch nicht kennt und diese erforschen möchte. Deshalb dürfen und sollen diesem unbekannten Risiko jeweils auch nur so viele Patienten ausgesetzt werden, wie man braucht, um statistisch valide Aussagen treffen zu können. Wir können das Ansinnen in diesem Entwurf hier also nur so interpretieren, dass es bei den Erprobungsstudien nicht um den Erkenntnisgewinn geht, sondern um die möglichst breite Einführung einer Leistung geht, die an der Stelle eben noch unzureichend geprüft ist. Vielen Dank. Herr Dr. Sauerland. Stefan Sauerland vom ICWIC. Ich kann mich meiner Vorrednerin ganz anschließen, vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen, damit das ein bisschen deutlicher wird. In der Tat, wir brauchen eine Vergleichsgruppe, eine Erprobung, in der 100 Prozent der Patienten eine neue Methode erhalten ist, in dem Sinne nutzlos, weil der Vergleich zu der alten Methode nicht oder nicht in ausreichender Form vorliegt und damit die eigentlich benötigten Daten nicht erzeugt werden können. Der Zwang, in eine Erprobungsstudie einzusteigen, ist in vielen Fällen nicht sinnvoll, weil es insbesondere auch vorkommen kann, dass der Hersteller oder jemand anders bereits im Ausland eine aussagekräftige Studie am Laufen hat oder kurz vor dem Abschluss steht mit dieser Studie. Es gibt aber auch andere Situationen, nämlich wenn zum Beispiel die Datenlage schon so klar ist, dass man eventuell dann direkt in eine Nutzenbewertung einsteigt und ohne eine weitere Studie vielleicht sogar schon eine vielleicht sehr gut belegte Methode dann direkt einführen kann. Also das sind verschiedene Situationen, die da vorkommen können. Ferner kann ich auch bestätigen, dass die Frist, die jetzt vorgesehen ist, um eine Erprobungsstudie aufzulegen von neun Monaten, unrealistisch ist, weil eben vor allen Dingen das Verfahren beim Ausschreiben, um eine unabhängige wissenschaftliche Institution als Partner gewinnen zu können, für den GBA zu langwierig ist. Hinzu kommen die verschiedenen Genehmigungsverfahren für klinische Studien, die ebenfalls hier noch zu lang dauern. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Claudia Moll von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Und zwar geht meine Frage an Frau Dr. Lühmann. Werden aus Ihrer Sicht mit den Regelungen des Gesetzentwurfes zur Methodenbewertung die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin gestärkt? Vielen Dank, Frau Dr. Lühmann. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, aus den Vorreden der letzten fünf Antwortenden ist schon einigermaßen oder ist sehr klar geworden, dass eine Stärkung der Prinzipien der evidenzbasierten Medizin durch die vorgeschlagenen Regelungen definitiv nicht zu sehen ist. Ich würde vielleicht gerne noch mal darauf hinweisen, dass im Prinzip die vorgeschlagenen Regelungen, zum einen die Einführung des Paragraph 91, zum anderen die Modifikation des Paragraph 94, die quasi die Verwertung von bestehender Evidenz in den Entscheidungsprozessen gefährden, angreifen in eine Richtung, dass man sich möglicherweise mit weniger aussagesicheren Unterlagen zufrieden gibt zur Entscheidungsfindung. Auf der anderen Seite legt die Regelung in Paragraph 137e mit der Erprobung oder die neue Regelung zu den Erprobungen nahe, dass auch die Generierung von Evidenz behindert wird. Das heißt, wenn die Erprobung so durchgeführt wird, wie sie dort vorgesehen wird, im kurzen Zeitraum möglichst viele Patienten einschließen, verhindert das oder kann das sogar prohibitiv sein für die Umsetzung einer aussagekräftigen, randomisierten, kontrollierten Studie, weil zum einen alle Patienten das Verfahren erhalten sollen, das heißt, die Kontrollbedingungen entfällt und zum anderen Patientenpräferenzen ja auch steuernd sind, in dem Sinne, dass möglicherweise keine Bereitschaft mehr besteht, sich in eine randomisierte, kontrollierte Studie einschließen zu lassen. Vielen Dank. Frau Müller von der SPD-Fraktion stellt die nächste Frage. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage, die ich gerne sowohl an den GBA als auch an den GKV-Spitzenverband richten würde. Trotz aller Versuche, die Methodenbewertung zu beschleunigen, soll es bei der bisherigen Regelung bleiben, wonach es neun Stimmen braucht, um Leistungen aus dem Leistungskatalog der GKV auszuschließen. Hat sich diese Regelung bewährt? Haben Sie gegebenenfalls einen Alternativvorschlag? Herr Professor Hecken. Ja, Josef Hecken, GBA. Aus meiner Sicht hat sich diese Regelung nicht bewährt, weil sie dazu führt, dass einmal im Leistungskatalog befindliche Dinge nur ganz, ganz schwer, auch wenn es Zweifel an ihrer Wirtschaftlichkeit, an ihrer medizinischen Sinnhaftigkeit gibt, aus dem Leistungskatalog entfernt werden können. Die Lösung wäre ganz einfach, dass GORUM, das hier erst vor einigen Jahren eingeführt worden ist, im Rahmen eines Gesamtpaketes, das GORUM durch eine normale Mehrheitsentscheidung auch im Bereich der Methodenbewertung dann, wenn es um Leistungsausschlüsse geht, zu ersetzen. Das heißt also, dass mit einfacher Mehrheit dann eben auch als sich nicht probat erweisende Leistungen, sowohl im Bereich der stationären wie auch im Bereich der ambulanten Versorgung, dann eben aus dem Leistungskatalog ausgeschlossen werden können. Das haben wir auch vorgeschlagen in unserer Stellungnahme. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Auch hier kann ich mich meinem Vorredner voll und ganz anschließen. Vielleicht noch ein Beispiel, wo man sieht, dass diese Regelung sich nicht bewährt hat. Wir hatten im Jahr 2016 die Beratung im GBA über die intrakraniellen Stents, also die Stents, die im Gehirn eingepflanzt werden. Da gab es eine eindeutige Datenlage, dass der Schaden bei diesen Stents, die im Gehirn eingesetzt werden, den Nutzen weit überwiegt. Und da wäre die Abstimmung im GBA beinahe an dem Neun-Stimmen-Quorum gescheitert. Es wurde dann eine mehrmonatige Verzögerung daraus, bis wir diesen Beschluss fassen konnten. Also diese Regelung hat sich keinesfalls bewährt. Und wir würden auch zu der normalen Entscheidungsregelung, wie sie im GBA gilt, zurückkehren wollen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion AfD und ich darf dem Herrn Spangenberg das Wort erteilen. Ja, recht vielen Dank. Meine Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, Prof. Dr. Markiewicz. Die Frage lautet, jährlich werden in Deutschland jeweils hunderttausende Stents, Endopothesen und Brustimplantate eingesetzt. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass bis zu 90 Prozent der betroffenen Patienten freiwillig an einem entsprechenden Register teilnehmen würden. Die Bundesregierung erklärt, dass bereits der Auswahl von 10 Prozent der betroffenen Patienten und Patienten erhebliche Auswirkungen auf die Validität der Daten und Qualität der Belastbarkeit der Auswertungsergebnisse hätte. Die Frage ist, sehen Sie das auch so, dass diese 10 Prozent von Bedeutung wären? Herr Prof. Dr. Markiewicz, Sie haben das Wort. Ja, Andreas Markiewicz für die AWMF. Kurze Antwort, ja, sehe ich auch so. Internationaler Standard ist, wenn man repräsentative Daten generieren will, dass man eine Nachverfolgungsquote von über 95 Prozent braucht. Ansonsten ist das, was man dort produziert, allenfalls Hypothesen generierend. Und insofern bin ich der Meinung, dass ich unterstütze auch die Aussagen, die bislang zur Vollständigkeit der Datenerfassung hier geleistet worden sind. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Podolein. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Bundesbeauftragten für Datenschutz. Nach Paragraf 16, Absatz 1, Nummer 3 sind auch Daten. Der Bundesbeauftragte ist nicht hier. Vielleicht wollen Sie diese Frage an jemand anderen stellen oder eine neue Frage sich suchen. Kann man das die Bundesregierung beantworten? Nein. Aber der Bundesbeauftragte steht auf der Liste. Ja. Wie ist das? Herr Müller, wir müssen warten, bis er hier ist oder ansonsten vielleicht ihn bitten, diese Frage schriftlich zu beantworten. Dann nehme ich eine andere Frage. Und zwar an das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Frau Dr. Köster-Steinebach. Meine Frage ist, das geplante Implantatenregister bietet bei Produktproblemen, die nach der Implantation bekannt werden, die hervorragende Möglichkeit, den einzelnen Patienten auch direkt und unmittelbar durch einen verkürzten Informationsweg entsprechende Informationen zukommen zu lassen und stellt damit eine erhebliche Verbesserung der Patientensicherheit dar. Sollte dieser Vorteil bei entsprechend sogenannter sorgsamer Patientenaufklärung nicht eine ausreichende Motivation zur Teilnahme am Implantatenregister darstellen, sodass genügend Patienten zur freiwilligen Teilnahme bewegt werden können? Vielen Dank. Frau Dr. Köster-Steinebach, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage, Lona Köster-Steinebach für das APS. Tatsächlich sehen wir es so, dass es für Patienten ein wesentlicher Vorteil ist, wenn sie zielgerichtet informiert werden können, wenn mit ihrem Produkt etwas nicht in Ordnung ist. Man sehe zum Beispiel den PIP-Skandal, wo es sehr mühsam war, die betroffenen Frauen überhaupt ausfindig zu machen. Nichtsdestotrotz muss man beide Seiten des Implantatregisters in Betracht ziehen, nämlich zum einen die Informationen der Patienten, die von einem Produktproblem betroffen sind, um beispielsweise, wenn Revisionen möglich sind im Interesse der Patientensicherheit, die auch zeitnah zu ermöglichen. Zum anderen geht es aber ganz wesentlich an dieser Stelle auch um die Aufklärung von Patienten, bevor Implantate eingesetzt werden und auch um die Informationen der Ärzte darüber, welches Produkt für diesen Patienten in der speziellen Konstellation das wahrscheinlich sicherste Produkt ist. Und diese Informationen zu generieren, dafür braucht es wiederum die Vollständigkeit. Ich bin auch der Überzeugung, dass das in der Praxis vermutlich nicht sehr viele Patienten geben wird, die einen Widerspruch formulieren. Nichtsdestotrotz, wir haben gehört, dass es beispielsweise bei bestimmten Krankenhaustypen, bei kleinen Krankenhäusern eher auf Widerstände stößt, weil da mit Aufwand verbunden ist. Es kann dann auch dazu kommen, dass eigentlich im Interesse der Patienten liegenden Maßnahmen, wie die verpflichtende oder wie die breite Dokumentation möglicherweise nahegelegt werden, dann, dass das nicht erfolgt, wenn das beispielsweise von einzelnen Einrichtungen als Aufwand empfunden wird. Vielen Dank. Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht an die Bundesärztekammer, Herrn Dr. Beu. Im Zuge der Sensibilität der Datenerfassung besteht da Ihrer Einschätzung nach die Gefahr, dass Patienten sich gegen eine medizinisch sinnvolle Operation entscheiden, beziehungsweise das Risiko von Qualitätseinbußen etwa durch Operationen im Ausland eingehen, um einer Registrierung zu entgehen. Gibt es, können Sie sehen, dass so etwas möglich wäre? Herr Dr. Beu, Sie haben das Wort. Ja, Beu, Bundesärztekammer, das ist ein Gedankenspiel, auf das ich noch gar nicht gekommen bin. Also das ist schon sehr hypothetisch. Also nein, die Bundesärztekammer befürwortet die, um das direkt zu sagen, auch die verpflichtende Teilnahme und ist sogar eher, wir haben sogar eher ein Problem damit, die Bundesärztekammer ist unter anderem auch für das Transplantationsregister verantwortlich, dass wir, da haben wir gerade leidvolle Erfahrungen, dass es eben schwierig ist mit der Einwilligung. Wir würden also eher sagen, dass man dieses Maß auch auf andere Register ausweiten sollte und eben das verpflichtend machen sollte. Also um die Frage zu beantworten, die Gefahr sehe ich nicht. Vielen Dank, Herr Podolai. Meine Frage geht an die Vertreter der Bundesregierung. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird argumentiert, dass in England wurde bereits vor Jahren ein zentrales Brustimplantatenregister eingeführt, welches eine freiwillige Teilnahme der Patienten vorsah und aus eben diesem Grund bereits im Jahre 2006 wieder eingestellt wurde. Jedoch wurde das englische Register BCIR des Nationalen Herz Service im Jahr 2016 auf freiwilliger Basis neu etabliert. Wie erklären Sie sich, dass ein solches Register auf Basis der freiwilligen Teilnahme der Patienten neu aufgebaut wird, wenn man den Gesetzentwurf zufolge ein solches Register zehn Jahre zuvor aus eben diesem Grund eingestellt hat? Herr Podolai, Fragen an die Bundesregierung, dafür haben wir also andere Formate. Wir haben jetzt extra Experten eingeladen, um also hier sozusagen neue Erkenntnisse zu sammeln, damit wir die dann anschließend mit der Bundesregierung besprechen können. Vielleicht haben Sie noch einen Experten. Haben wir hier einen Vertreter der Bundesregierung oder nicht? Wir haben hier in der Runde einen Vertreter der Bundesregierung, aber wir haben eine Expertenanhörung. Das soll nicht heißen, dass die Bundesregierung keine Experten hat, aber die Abläufe sind etwas anders geregelt, dass wir Abgeordneten anschließend die Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben, mit der Bundesregierung diskutieren. Aber vielleicht gibt es einen Experten, der Ihre Frage beantworten möchte. Ja, dann darf ich Ihnen das Wort erteilen. Ja, mein Name ist von Fritschen. Ich spreche für die Deutsche Gesellschaft der klassischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen. Ich bin seit vielen Jahren Konsortium-Mitglied einer internationalen Gruppe, die sich eigentlich mit allen relevanten Fachgesellschaften mit der Implementierung eines einheitlichen Registers befasst. Und wir haben auch einheitliche Datensätze, Datensatzstrukturen und Datensatzdefinitionen erarbeitet. Und die englische Gruppe ist auch dabei. Und um die Erfahrung sozusagen erstmal zu sagen, in Deutschland gab es zwei freiwillige Register, von den Gynäkologen und von den klassischen Chirurgen. Wir haben uns das nach drei Jahren wieder eingestellt, weil das als illusorisch war. Wir hatten Inklusionsquoten von unter 20 Prozent. Die Gynäkologen haben ungefähr 30 Prozent, wobei fast nur die Einbringung, aber nicht die Ausbringung eingegeben wird. Und die Ausbringung ist ja das, was uns interessiert, weil das hat ja einen Grund. Und den Grund wollen wir gerne wissen. Das heißt, wir werden mit freiwilligen Register nicht vorankommen. Und in Holland, in England, in Schweden, in Australien und in den Vereinigten Staaten kommt kein freiwilliges Register, also Opt-in-Register, nicht Opt-out. Opt-in-Register auf eine Inklusionsquote, die deutlich über 40 Prozent lag. Inklusion, also beim Einbringen, nicht mal beim Ausbringen, die ist noch schlechter. Und aufgrund dieser Zusammenarbeitung mit iCobra haben diese Länder, die ich eben nannte, und auch England beschlossen, die Datensätze, die wir erarbeitet haben, auch in England wieder zu versuchen, auch auf einer freiwilligen Basis. Aber die Inklusionsquote ist unter 60 Prozent. Und lassen Sie mich vielleicht dazu noch einen Punkt zu dem Vergütungsanspruch sagen, das ist hier angesprochen worden. Und das stimmt, was Sie sagen. Aber wir haben ein anderes Klientel. Der ganz überwiegende Anteil der Implantate wird in Deutschland als Selbstzahlerleistung eingebracht. Das heißt, wie wollen wir überprüfen, ob tatsächlich alle Implantate eingegeben worden sind? Und da haben wir uns lange Gedanken darüber gemacht. Es wäre ein enormer bürokratischer Aufwand zu sagen, wer verkauft an wen welches Implantat und wie kriegen wir das dann, dass die rechtlichen Voraussetzungen existieren, gar nicht. Und ich halte das gerade für dieses besondere Klientel. Für eine sehr gute Lösung, dass man sagt, Selbstzahler in der Praxis, da verliert der Praxisinhaber seinen Vergütungsanspruch. Der Patient kann das einklagen und fordern, dass er sozusagen aufgenommen wird in das Register. Das wäre ein starker Stimulus, um wirklich ohne große Kontrolle eine Vollständigkeit zu garantieren. Denn das ist im Augenblick ein Riesenproblem. Bestimmte Implantatypen werden ja mit einem Tumor assoziiert, möglicherweise, der ausgelöst wird durch Implantate. Das sind sehr wenig Fälle, die da aufgetreten sind. Und uns fehlt weltweit der Denominator, der Zähler, entschuldigung, der Nenner. Also auf wie viele Fälle insgesamt bezieht sich denn überhaupt das Problem? Und deshalb können wir nie eine Risikobewertung durchführen. Und da wäre Deutschland wirklich ein Leuchtturm. Also die Daten hätte außer uns niemand auf der Welt. Und das ist eine Riesenchance. Also entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen abgeschwärmt bin, aber das wären diese beiden Punkte. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Vielen Dank. Ich gehe noch mal auf das ein, was ich eben ähnlich schon fragte, und zwar an Prof. Dr. Hasenflug, freier Sachverständiger. Beim Endoprothesenregister zeigt ja, in Deutschland haben wir ja 90 Prozent Freilebwilligkeit der Registrierung. Nun wird das ja verpflichtet damit, das fragte ich eben schon, dass es kaum Auswirkungen hat. Wie hoch sind denn die erheblichen Auswirkungen, die die 10 Prozent ausmachen könnten bei der Auswertung der Ergebnisse? Sind die denn wirklich so gewaltig, dass man von 10 Prozent von erheblichen Fehlentscheidungen gehen könnte, weil wir doch in der Regel viel kleinere Mengen haben, wenn wir statistische Erhebungen machen, gerade im Gesundheitswesen. Da liegen wir ja weit unter diesem Prozentsatz, der angeblich notwendig wäre, um genaue Aussagen zu machen. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Hasenflug. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn wir davon ausgingen und ausgehen würden, dass die nicht eingegebenen Fälle genau die gleiche Risiko- und Schadensverteilung haben, wie die eingegebenen Fälle und dafür eine Sicherheit hätten, dann wäre alles in Ordnung. Aber wenn jetzt eine Klinik sagt, na ja, das ist etwas problematisch, das möchte ich lieber nicht eingeben, denn das fällt auch auf meine Ergebnisqualität quasi zurück, die dann hinterher offensichtlich wird, dann haben wir ein Problem. Und durch Nicht-Eingabe gerade dieser Problemfälle kann es zu einer massiven Verzerrung kommen. Wenn wir bei der Endoprothetik eine Fehlschlagsquote, das ist jetzt nur ein Beispiel aus dem Bereich des künstlichen Gelenkersatzes, wenn wir eine Fehlschlagsquote von drei Prozent haben und jemand gibt genau diese drei Prozent nicht mit ein, dann hat er 100 Prozent Erfolg. Und das ist ein Problem. Das können wir so nicht für die Auswertung heranziehen. Und wir können es zumindest auch nicht denjenigen sagen, die hinterherkommen nach dem Motto, wie geht das denn, wie funktioniert das denn, wie gut ist das? Und dafür brauchen wir eine vollständige Erfassung. Also diese zehn Prozent sind schon sehr entscheidend, können sehr entscheidend sein. Vielen Dank. Herr Podolai, Sie haben das Wort. Dankeschön. Kann ich schon die Frage auf den Bundesbeauftragten für Datenschutz stellen? Sie können die schriftlich stellen. Und wir geben die dann weiter und wir hoffen dann, dass die beantwortet wird und werden Ihnen das dann zuleiten. Aber wenn er nicht da ist, dann kann er auch nicht antworten. Ja, ist er immer noch nicht da, okay. Aber er steht in der Liste. Dann habe ich eine Frage an den GKV-Spitzelverband, Herr Dr. Detloff und Frau Dr. Pfeiffer. Sie begründen Ihre Befürwortung einer Zwangsregistrierung von Patienten im Implantatenregister, damit es dabei nicht allein um die Vorteile größeren Datenmengen geht, sondern vor allem auch darum, dass die betroffenen Patienten und Patientinnen im Falle von Sicherheitsfragen oder Problemen vollständig kontaktiert und informiert werden können. Nun bleibt es den Patienten ja unbenommen, sich freiwillig registrieren zu lassen, wenn sie im Falle von Sicherheitsproblemen kontaktiert werden möchten. Halten Sie es für möglich, dass Vertrauen in die institutionellen Institutionen des Gesundheitssystems leiden könnte, wenn ein Grundrecht über die informationelle Selbstbestimmung verletzt wird? Frau Dr. Pfeiffer. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Ich glaube, Herr Professor Hassenflug hat gerade schon dargelegt, warum es wesentlich ist, eine vollständige Erfassung in einem solchen Register zu organisieren, weil wir eben gerade nicht davon ausgehen können, dass diejenigen, die freiwillig erfasst werden, repräsentativ sind. Das ist eben der entscheidende Punkt, dass die Menschen dann über die möglichen Risiken informiert werden sollen, ist sozusagen ein weiterer Effekt eines solchen Registers und das muss dann gewährleistet sein. Wir schlagen vor, das auch über die Krankenkassen zu ermöglichen. Das ist aber noch mal ein weiteres Thema im Rahmen der Gestaltung des Registers, denn die Kassen haben tatsächlich auch die aktuellen Anschriften. Das haben die Einrichtungen, die implantieren in der Regel nicht. Und deshalb wäre es einfacher, wenn diese Produkt-ID dann auch mit den Abrechnungsdaten an die Kassen ginge. Die könnten dann auch eine schnelle Information der Versicherten, die betroffen sind oder möglicherweise betroffen sind, organisieren. Vielen Dank. Die nächste Fragerunde gestaltet Herr Prof. Dr. Ullmann von der FDP. Ja, herzlichen Dank. Diese Frage geht an den Einzelsachverständigen Prof. Dr. Sebastian Kluckert. Ist die Befürchtung gerechtfertigt, dass die in § 91b SGB V vorgesehene Regelung das BMG ermächtigt, Vorgaben hinsichtlich der bei der Nutzungsbewertung anzuwenden wissenschaftlichen Methoden zu erlassen? Und welche Einflussnahme ist dem BMG hinsichtlich der Nutzungsbewertungsmethoden und Maßstäbe mit der Regelung eröffnet? Herr Prof. Dr. Kluckert, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Sebastian Kluckert, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Bergische Universität Wuppertal. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, unmittelbar ist § 91b keine Ermächtigung für die Regelung der Methoden und Maßstäbe der Nutzenbewertung zu entnehmen. Allerdings schirmt die vorgeschlagene Vorschrift den GBA nicht ausreichend vor einer solchen Einflussnahme durch das BMG ab. § 91b Satz 2 Nummer 2 weist mit der Ermächtigung die Anforderungen an die Unterlagen und an die Nachweise zur Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden näher zu regeln, eine unvermeidbare Überschneidung zu Methoden und Maßstäben der Nutzenbewertung auf. Dürfte das BMG bestimmen, welche Nachweise ausreichen, um einen Nutzen zu bejahen, würde es damit zugleich eine Vorentscheidung über Bewertungsmethode und Maßstäbe treffen. Daher ist zu klären, wie weit die auf Unterlagen und Nachweise bezogene Verordnungsermächtigung eigentlich reicht. Meines Erachtens ist dabei relevant, dass die Verordnungsermächtigung deutlich hinter der für die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln geltenden Ermächtigung nach § 35a Absatz 1 Satz 8 zurückbleibt. Im Gegensatz zu § 35a wurden nämlich in den Katalog des § 91b keine Regelungspunkte aufgenommen, welche die Methoden und Maßstäbe der Nutzenbewertung unmittelbar betreffen. Die Unterschiede zu § 35a liefern wichtige Anhaltspunkte für die Trennlinien. Aus dem Umstand, dass der Katalog des § 91b mit Bedacht kleiner ausfällt, und vor allem auch abschließend ist, ergibt sich, dass dem BMG keine an § 35a heranreichende Kompetenz zur Regelung von Nutzenbewertungsmethoden und Bewertungsmaßstäben verliehen wird. Das bedeutet für die zu erlassene Rechtsverordnung Folgendes. Das BMG muss die Anforderungen an die Unterlagen und an die Nachweise im Rahmen der vom GBA angewendeten Bewertungsmethoden entwickeln, sofern solche Anforderungen Rückbezüglichkeiten zur Bewertungsmethode oder zum Bewertungsmaßstab aufweisen. Problematisch kann dann allerdings immer noch der Fall sein, dass der GBA Nacherlass der Rechtsverordnung Methoden und Standards ändert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Ullmann. Wieder geht diese Frage an den Einzel-Sachverständigen Prof. Kluckert. Kann aus der vorgesehenen Regelung des § 94 Absatz 1a SGB V eine Fachaufsicht des BMG über die Beschlüsse des GBA zur Methodenbewertung nach § 135 SGB V begründet werden? Und wäre solch eine Fachaufsicht überhaupt verfassungsrechtlich zulässig? Herr Prof. Dr. Kluckert. Vielen Dank. Grundsätzlich ist die Staatsaufsicht über Selbstverwaltungsträger auf eine Rechtsaufsicht beschränkt. Für eine weitergehende Aufsicht ist nur dann Raum, wenn der Gesetzgeber dies ausdrücklich anordnet. Der Wortlaut des § 94 Absatz 1a und die Gesetzentwurfbegründung erfüllen weder Einzel- noch in der Gesamtschau die für einen Wechsel zur Fachaufsicht erforderlichen Bestimmtheitsvoraussetzungen. Eine Fachaufsicht des BMG über den Erlass von GBA-Richtlinien begegnet zu dem verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Richtlinien des GBA stellen untergesetzliche Rechtsnormen dar. Könnte das BMG außerhalb der Rechtsaufsicht den GBA zu einer bestimmten Normsetzung zwingen? Unterliefe es damit diejenigen Voraussetzungen, die zumindest das Bundessozialgericht annimmt, um den GBA als Normgeber anzuerkennen. Ferner könnte eine Fachaufsicht die verfassungsrechtliche Vorgabe unterlaufen, dass für eine Normsetzung durch das Ministerium die Handlungsform der Rechtsverordnung vorgegeben ist. Könnte das BMG als Fachaufsichtsbehörde den Inhalt von Richtlinien diktieren, würden diese verfassungsrechtlich angelegten Strukturunterschiede verwischt. Allerdings kann eine Rechtsaufsicht über die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe und über Abwägungsentscheidungen faktisch einer Fachaufsicht nahe kommen, wenn die Aufsichtsbehörde der vertretbaren Ansicht oder Gewichtung der unteren Behörde ihre abweichende, gleichfalls vertretbare Ansicht oder Gewichtung gegenüberstellen dürfte. Davor sind allerdings die Sozialverwaltungsträger durch den Grundsatz einer maßvollen Aufsicht geschützt. Aus diesem Grundsatz folgt, dass bei Rechtsaufsichtsmaßnahmen dann nicht zulässig sind, wenn sich das Handeln des Versicherungsträgers im Bereich des rechtlich noch Vertretbaren bewegt. Erst recht ergeben sich aus diesem Grundsatz der maßvollen Aufsicht Einschränkungen, wenn es sich um eine Rechtsaufsicht über den Erlass von Richtlinien handelt, bei denen der GBA einen im Wesen der Normgebung verwurzelten Handlungsspielraum in Anspruch nimmt. Daher dürfte das Beanstandungsrecht nach 94 Absatz 1a weitgehend in der Praxis ins Leere laufen. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Ullmann. Wieder geht diese Frage an den Einzelsachverständigen Prof. Kluckert. Wann kann im Rahmen des Beanstandungsrechts des BMG der Umstand, ob ein Beschluss gegen das Votum, der für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranken und behinderten Menschen auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen, zustande gekommen ist, relevant werden? Herr Prof. Dr. Kluckert. Vielen Dank. Wie gesagt, bleibt die Aufsicht auf eine Rechtsaufsicht beschränkt. Und ob der Beschluss gegen das Votum der Patientenvertreter im Beschlussgremium zustande gekommen ist, ist für die Rechtmäßigkeit der Richtlinie völlig unbeachtlich. Der Umstand kann alleine im Rahmen der Ermessensausübung des BMG neben weiteren nicht benannten Umständen berücksichtigt werden, das heißt bei der Frage, ob von der Beanstandungskompetenz überhaupt Gebrauch gemacht wird, nachdem aus anderweitigen Gründen die Abwägung betreffender Rechtsverstoß festgestellt worden ist. Vielen Dank. Herr Prof. Dr. Kluckert, bleiben Sie in Bereitschaft. Der Herr Prof. Ullmann hat noch Fragen. Ja, aber nicht bei Prof. Kluckert diesmal. Diesmal geht an die Frage an den Bundesverband Gesundheits-IT, an Herrn Zilch. Inwiefern sind Ihrer Meinung nach internationale Standards und Profile im vorliegenden Gesetzesentwurf bei der Erstellung des Registers und der Datenstruktur berücksichtigt? Herr Zilch, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Ullmann, vielen Dank. Grundsätzlich macht der Gesetzesentwurf überhaupt gar keine Vorgaben zu internationalen Standards und der Nutzung, wie zum Beispiel HL7. Das schafft die Gefahr der Schaffung von Insellösungen, die am Ende auch international nicht anschlussfähig sind und das ist somit kritisch zu bewerten. Ohne Nutzung internationaler Standards wird der Aufbau des Registers zu höheren Kosten führen und auch zu höheren Entwicklungen in der Umsetzung in den informationstechnischen Systemen. Daher empfehlen wir, dass die Datenstruktur des Registers mit international anerkannten Standards und Datenstrukturen erstellt wird. Dabei sollte auch bereits vorhandene Profile unter marktetablierter Abstimmungsverfahren zurückgegriffen werden. Der Gesetzgeber könnte hier analog zu anderen Gesetzen konkret internationale Standards zur Grundlage des Aufbaus festlegen und somit eine nachhaltige und schnelle Implementierung fördern. Mit Blick in die Zukunft wird so der Grundstand für die Kommunikation mit anderen nationalen und internationalen Registern gelegt. Denkbar wäre es dadurch, perspektivisch ein EU-weites Register zu führen und unter Nutzung künstlicher Intelligenz und der breiten Datenbasis sowohl die Forschung zu unterstützen als auch die Patientensicherheit zu verbessern. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Ullmann. Es geht die nächste Frage an den GKV Spitzenverband. Wer jetzt vor den beiden, werden sich glaube ich einigen. Welche Folgen erwartet der GKV Spitzenverband aus den Neuregelungen zur Kostenübernahme bei den Erprobungsstudien? Frau Dr. Pfeiffer. Dass die Kosten für die Erprobungsstudien komplett übernommen werden müssen, das ist ja schon im Terminservice- und Versorgungsgesetz eingeführt. worden. Es wird natürlich jetzt durch die hier geplanten Regelungen noch mal deutlich größere finanzielle Belastungen geben, weil der Ermessensspielraum des GBA, ob eine Erprobungsstudie durchgeführt wird, aufgehoben wird. Das heißt also, hier muss der GBA künftig immer eine Erprobung auch initiieren, auch dann, wenn im Ausland bereits Studien laufen und eigentlich nur deren Ergebnisse abgewertet werden, brauchen. Die bisherigen Erfahrungen mit den Kosten sind derart, dass der sogenannte studienbedingte Mehraufwand, also Konzeption, Organisation, Datenerfassung und Auswertung bei etwa drei bis fünf Millionen Euro pro Studie liegt. Im Einzelfall kann das aber auch erheblich mehr sein, sodass wir also doch mit erheblichen Kosten rechnen, wenn jetzt zukünftig zu jedem Verfahren dann auch eine entsprechende Erprobung stattfinden muss. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Ullmann. Ja, vielen Dank. Die Frage, die ich auch anschließend noch hatte für GKV-Spitzenwahl, hatte sich somit erledigt, weil das Band auch gleich mitbeantwortet werden. Jetzt geht die Frage an den Bundesverband Medizintechnologie e.V. Wie bewertet der BV Med den Gesetzentwurf für ein gesetzliches Implantatregister und ist aus Ihrer Sicht eine vollständige Erfassung der Implantate notwendig oder reicht ein freiwilliges Register aus? Herr Kleiner, Sie haben das Wort. Die Unternehmen der Medizintechnologie befürworten ein Implantationsregister als echtes Versorgungsregister. Das Thema, was wir aus Sicht der Industrie haben, ist, dieses Gesetz heißt Implantatregister, aber es geht nicht nur um das reine Produkt, sondern es geht auch um die Implantation, um die ärztliche Leistung. Wichtig ist auch, dass neben der Implantation natürlich sich der Patient hinterher auch wohl verhält. Wenn Sie sich zum Beispiel eine Gehüftgelenks-OP anschauen, haben Sie die Situation, wenn der Patient hinterher gleich wieder sagt, im nächsten Winter, ich stelle mich auf die Skier und mache Buckelpiste, dann ist das Ergebnis auch nicht so gut. Das heißt also, der Erfolg einer Implantation ist immer das Zusammenspiel zwischen einem guten Produkt, einer guten ärztlichen Leistung und einem entsprechenden Patientenverhalten. Uns ist es wichtig, dass in diesem Implantationsregister tatsächlich, und das ist Ihre Frage, alle Operationen erfasst werden, damit wir nicht die Situation haben, dass bestimmte Einrichtungen, bestimmte Operationen nicht melden oder dass halt einfach möglicherweise wir da irgendwo bestimmte Sachen haben, die absichtlich nicht eingestellt werden. Herr Professor Hassenflug hatte es ja auch schon ausdrücklich erläutert. Also es ist halt einfach, wir sehen halt einfach die Gefahr, dass bei einer Freiwilligkeit sich nicht alle Einrichtungen oder nicht alle Operationen erfasst werden können. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Doktor Ullmann. Und die letzte Frage, voraussichtlich letzte Frage, liegt an den gemeinsamen Bundenausschuss von Professor Josef Hecken. Wie bewerten Sie die vorgesehene Regelung des Paragraphen oder in Paragraph 94 Absatz 1a SGB V? Herr Professor Hecken. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Herr Hecken, gemeinsamer Bundenausschuss. Es ist eben von Herrn Professor Kluckert ja schon ausgeführt worden. Die Regelung ist im Kern nichts anderes als der Versuch, die bestehende Rechtsaufsicht auf eine Fachaufsicht auszudehnen. Hier soll nicht mehr nur die fehlerfreie Ermessensbetätigung durch den gemeinsamen Bundenausschuss zum Gegenstand der rechtsaufsichtlichen Prüfung gemacht werden, sondern es sollen eben auch Ermessensentscheidungen, die beim untergesetzlichen Normgeber eben auf die Überprüfung von ordnungsgemäß Angestelltem und fehlerfreiem Ermessensgebrauch beschränkt sind, ausgeweitet werden. Deshalb sehe ich hierdurch die Bewertung und die Methodenbewertung insoweit gefährdet, als dass hier das Bundesministerium nach billigem Ermessen, so wie es mit gemeinhin Bundesoberbehörden verfährt, Normen des GBA durch eigene Entscheidungen ersetzen kann. Wenn man hier pro forma und aus kosmetischen Gründen in die Aufzählung der Beanstandungsgründe eine insbesondere eingefügt hat, dann ist das reine Kosmetik, denn dadurch ist keine Limitation auf bestimmte konkrete Beanstandungsgründe vorgesehen, dass der Stellungnahme und der Positionierung der Patientenvertretung hier ein besonderer Stellenwert beigemessen wird, mag aus populistischen Gründen richtig sein, mag auch populär sein, hat aber keinerlei fachliche Rechtfertigung. Wieso wird der Patientenvertretung und deren Votung ein anderer Stellenwert beigemessen als dem ICWIC, das vom BSG immerhin mit einer Richtigkeitsvermutung versehen wird, als dem ICOTIC, als anderen Bänken? Vor diesem Hintergrund stellt sich hier auch die Frage, ob man damit nicht nur den Versuch unternimmt, bestimmten Interessen Rechnungen zu tragen, die dann am Ende des Tages zwar sicherlich politisch genehme Ergebnisse, aber keine evidenzbasierten Ergebnisse zeitigen. Deshalb haben wir einen Alternativvorschlag gemacht, der das auszuschalten versucht und von dem wir glauben, dass er eben die Grundsätze der EBM dann auch künftig im Verfahren gewährleistet. Vielen Dank. Die nächsten Fragen stellt die Fraktion Die Linke und ich darf dem Herrn Weinberg das Wort geben. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, Herr Professor Markewitz. Wir haben es ja gerade gehört, Fachaufsicht, Rechtsaufsicht, laut dem Gesetzentwurf soll das BMG de facto wissenschaftliche Kriterien für die Nutzenbewertung bestimmen. Was meinen Sie, mit welcher Expertise wird das BMG nach Ihrer Einschätzung solche Bestimmungen erlassen? Oder erwarten Sie, dass das BMG dann externen Sachverstand einholen wird, vergleichbar mit der Besetzung der Leitung der Gematik beispielsweise? Herr Professor Dr. Markewitz, Sie haben das Wort. Ja, genau. Wie genau das BMG da vorgehen wird, um die Expertise zu generieren, entzieht sich natürlich dem Wissen der AWMF, weil wir da in diese Vorgänge innerhalb des Ministeriums nur sehr wenige Einblicke haben als wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft. Es ist aber davon auszugehen, dass die Expertise, die dazu notwendig ist, um evidenzbasierte Medizin oder Erkenntnisse dieser Art zu generieren, nur dadurch erreicht werden kann, dass man sich einer externen Expertise bedient. Was allerdings jetzt ja auch schon ist, dafür gibt es ja entsprechende Institutionen, die den GBA beraten, was denn nun der Stand der Dinge im Bereich der Medizin ist. Und insofern könnte es sein, dass Doppelstrukturen aufgebaut werden, die möglicherweise Kosten verursachen, die überflüssig sind, weil eben, wie gesagt, schon Strukturen und Institutionen existieren, die diese Aufgabe übernehmen können. Vielen Dank. Herr Warnberg. Ja, meine nächste Frage geht an den GKV Spitzenverband. Das Register soll praktisch ausschließlich aus Beitragsgeldern der gesetzlichen und Privatversicherten finanziert werden. Wie bewerten Sie das? Schließlich geht es ja im Wesentlichen darum, die Patienten vor Produktfehler der Herstellern zu schützen. Vielen Dank. Herr Dr. Detloff, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank, Detloff, GKV Spitzenverband. Aus den Gründen, die Sie angedeutet haben, lehnen wir die Finanzierung des Betriebs mit Beitragsgeldern ab. Das Ziel des Registers ist primär die Marktüberwachung, die Überwachung der Produktsicherheit. Das ist ursächlich eine Aufgabe der Hersteller und der Behörden. Das ist medizinprodukterechtlich geregelt. Wie das Register unterstützt, insgesamt diese Aufgabe und den Krankenversicherungen und damit den Beitragszahlern die Betriebskosten aufzubürden, ist unseres Erachtens nicht sachgerecht. Vielen Dank, Herr Weinberg. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch mal eine Frage an den GKV Spitzenverband. Die Krankenkassen sind ja in das Meldeverfahren des Implantatregister eingebunden. Reicht aus Ihrer Sicht die vorgesehene Form der Einbindung aus? Herr Dr. Detloff. Ja, noch mal Detloff, GKV Spitzenverband. Aus unserer Sicht ist das verwunderlich, dass ausschließlich der Vitalstatus von den gesetzlichen Krankenkassenanlassregister übermittelt werden sollen. In anderen Verfahren der Qualitätssicherung beispielsweise, der datengestützten Qualitätssicherungsverfahren im gemeinsamen Bundesausschuss und unserer Kenntnis nach auch im Endoprothesenregister werden erheblich mehr Daten der Krankenkassen genutzt. Insbesondere kann man diese Daten der Kassen, die ja qualitätsgesichert sind, die Abrechnungsdaten, die werden plausibilisiert von den Kassen. Die sollte man nutzen zur Validierung und zur Plausibilisierung der Angaben der Leistungserbringer an das Register. Vielen Dank, Herr Weinberg. Ja, dann meine nächste Frage richtet sich dann an das Institut für Qualitäts- und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das ICWIC und der GBA sind ja momentan auf die Anwendung der international anerkannten Grundsätze der evidenzbasierten Medizin verpflichtet. In der Verordnungsermächtigung des BMG findet sich davon keine nichts. Wie interpretieren Sie diese Unterlassung? Vielen Dank, Herr Dr. Sauerland. Es ist ja schon angeklungen, dass die verschiedenen Akteure hier in der Runde das interpretieren als einen Versuch des BMGs, die bestehenden Standards der evidenzbasierten Medizin abzusenken. Einen anderen Beweggrund kann man dahinter nicht vermuten, weil die Arbeit, die jetzt bereits geleistet wird, diesen Standards entspricht. Es gibt im Gemeinsamen Bundesausschuss die Verfahrensordnung, es gibt das Methodenpapier des ICWIC, wo Prinzipien der evidenzbasierten Medizin festgelegt werden und diese Prinzipien werden mit Augenmaß und mit einer Gleichartigkeit und Fairness umgesetzt, die, ich glaube, international ihresgleichen sucht und es wäre ein Rückschritt, wenn man hier von Seiten des BMGs in dieser Art und Weise dort eingreift. Vielen Dank, Herr Weinberg. Nochmal eine Frage an das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Da geht es jetzt um die Erprobungsstudien. Sie sprechen sich ja dafür aus, die vorgegebene Pflicht zur Erprobung nicht vorzuschreiben, dass es triftige Gründe geben kann, zu bestimmten Zeitpunkten noch oder keine Erprobung insgesamt zu initiieren. Können Sie Beispiele für solche Gründe anführen? Herr Dr. Sauerland. Ein Beispiel hatte ich eben bereits genannt. Das war die Situation, dass eine Methode im Ausland bereits durch eine wirklich gute Studie beforscht wird und man diese Studie eigentlich nur abwarten muss, bevor man deutsche Versichertengelder dafür ausgibt. Der zweite Grund könnte sein, dass es eben tatsächlich diese Studiendaten schon gibt und der Antrag auf Erprobung vom Hersteller nur dahingehend intendiert war, den GBA auf eine Methode aufmerksam zu machen, die vielleicht auch ohne weitere Evidenzgenerierung in die GKV-Erstattung aufgenommen werden kann. Und es gibt daneben noch weitere Gründe, die möglich sind. Es gab zum Beispiel eine Situation, wo tatsächlich der Hersteller ein Medizinprodukt gar nicht mehr herstellte. Und wenn der GBA aber weiterhin in seinem Erprobungsverfahren drin war, dann wird es absurd, weil da kann man natürlich keine Studie mehr machen. Also die Gründe sind, wie gesagt, sehr vielgestaltig und es wäre sinnvoll, hier von der Muss-Regelung vielleicht zu einer Soll-Regelung zurückzugehen oder bei der Kann-Regelung zu bleiben. Vielen Dank, Herr Warnberg. Irgendwie habe ich diesmal ganz wahnsinnig viel Zeit. Das ist schön. Ja, nochmal eine Frage an die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, auch zum Thema Erprobungsstudie. Der Gesetzentwurf schreibt ja vor, dass sie nicht nur möglichst schnell stattfinden sollen, das ist ja auch schon ein Thema gewesen, sondern auch möglichst groß zu sein haben. Also dass möglichst viele Versicherte mit der Methode behandelt werden. Wie bewerten Sie diese Regelung? Das ist ja von anderer Seite schon bewertet worden. Ich hätte aber ganz gerne Ihre Meinung dazu. Ja, ich sehe das genauso wie das... Herr Professor Dr. Markewitz, Sie haben jetzt das Wort und vielleicht als Information für die Fraktion Die Linke, es ist freiwillig, ob man alle Zeit nutzt. Gut, ich kann ja ein bisschen länger jetzt mal ausholen mit meiner Antwort, dann muss der Herr von der Linken sich nicht noch eine neue Frage überlegen. Aber es ist ja so, dass das von der Frau Lühmann eigentlich zur Genüge beantwortet worden ist. Dass mit den möglichst viel und möglichst schnell, das ist eigentlich aus Sicht der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft ein ziemlicher Kappes, weil das nicht den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin aus zahlreichen Gründen, die ja auch schon alle genannt worden sind, genügt. Also erstmal, dass möglichst viele Patienten behandelt werden, da fehlt dann die Kontrollgruppe. Aber es muss eine randomisierte Studie sein, damit man anständige Evidenz generiert, mit der man auch später was anfangen kann. Also insgesamt ist das eine, denke ich mal, unglückliche Formulierung. Wenn es tatsächlich so gemeint war, wie es im Text steht, dann würde ich sagen, dann muss man an der Stelle nochmal beraten. Und zwar das BMG. Doch mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, vielen Dank trotzdem für die Antwort, weil es ist ja auch ganz gut, wenn durchaus mal das eine oder andere nochmal verstärkt wird halt eben. Die Wiederholung ist ja durchaus eine nicht ganz unwichtige rhetorische Figur, Herr Vorsitzender. Ich möchte eine letzte Frage dann nochmal stellen an den gemeinsamen Bundesausschuss, Herrn Professor Hecken. Auch da ist es ja so, der Bundesrat hat ja erklärt in seiner Stellungnahme, dass die Verordnungsermächtigung des BMG, Zitat, gefährdet die Unabhängigkeit allein auf die Erkenntnissen der evidenzbasierten Medizin beruhende Bewertung medizinischer Behandlungsmethoden. Wie sieht der GBA das? Der GBA-Vorsitzende. Herr Professor Hecken. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Ich hatte es eben schon mal ausgefügt, wiederhole das jetzt an der Stelle gerne. Wir haben heute die Grundlagen, Frau Pfeffer hat es auch gesagt, in der Verfahrensordnung. Die Verfahrensordnung unterliegt nach der Rechtsprechung des BSG der vollen Rechtsaufsicht des BMG. Das heißt, BMG kann, wenn es die Grundsätze, die heute zugrunde gelegt sind, für nicht geboten hält, hier schon intervenieren. Vor diesem Hintergrund bewerte ich in Übereinstimmung mit der Formulierung, die auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme gewählt hat, das bewusste Fehlen des Verweisens auf internationale Standards der evidenzbasierten Medizin nicht als redaktionelles Versehen, es ist im Vorfeld auch darüber diskutiert worden, sage ich an dieser Stelle, sondern als bewusste Weglassung, um eben jenseits dessen, was sich an Evidenzstandards, an Standards hinsichtlich der Generierung eben von neuen Erkenntnissen weltweit postuliert hat, wofür wir jahrzehntelang gekämpft haben, hier Vorgaben zu machen, die eben Entscheidungen nach politischer Opportunität zulassen. Und es tut mir leid, das hier wiederholen zu müssen, ich habe es aber schon an anderer Stelle gesagt. Hier wird der Versuch unternommen, evidenzbasierte Medizin durch eminenzbasierte Medizin zu ersetzen. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel eines neuen Gesetzes zur Methodenbewertung im Jahr 2019 sein, bei dem es nicht um von der EMA bereits geprüfte Methoden oder Medizinprodukte geht, sondern um Dinge, die Patientinnen und Patienten in höchstem Maße gefährden können. Und das will ich, Herr Abgeordneter Weinberg, auch noch an die vorangegangene Frage anschließen. Wenn wir über einen möglichst großen Einschluss von Patienten in der Studie diskutieren, dann mag das Kappel sein, ich will das Wort nicht wiederholen, weil es eine gewisse Power gibt, die ausreicht, um eine Evidenz zu belegen. Der Rest ist nichts anderes als eine Leistungseinführung. Nein, wir gefährden auch möglicherweise bei maximalinvasiven Interventionen eine unnötig große Patientengruppe. Da will man den Leuten einen Gefallen tun. Das Ende ist, dass die Schadenskohorte oder die schadensgeneigte Kohorte unbotmäßig vergrößert wird. Und das wäre etwas, was, sage ich mal, meinem Anspruch an die Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht mehr entsprechen würde. Vielen Dank. Dann kommt jetzt der Fraktion Bündnis 90 Grüne das Fragerecht zu. Und ich darf zur ersten Frage das Wort erteilen, Frau Kleinschmeig. Danke schön. Meine Frage richtet sich an Dr. Lühmann. Wir haben ja jetzt schon hinlegentlich gehört, dass mit dem Gesetzentwurf eigentlich eine Aushebelung der evidenzbasierten Medizin passieren würde. Welche konkreten Vorschläge haben Sie, um die heutigen Methoden und die Anerkennung von Methoden und die Prüfung von Methoden weiterzuentwickeln, sodass bei manchen Fällen jedenfalls auch schneller sinnvolle neue Behandlungsmethoden in den Leistungskatalog aufgenommen werden könnten? Frau Dr. Lühmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine Herausforderung, sozusagen. Ganz konkrete Vorschläge formulieren, wie in die Prozesse einzugreifen ist oder so, kann ich natürlich nicht. Aber ich würde eine Unterscheidung auf jeden Fall vorschlagen. Und zwar gibt es zum einen die prozeduralen Vorgänge der Entscheidungsfindungsprozesse in den verschiedenen Institutionen, die Anhörungsverfahren und so weiter und so weiter. Also Fristen, Prozesse, alles, was dazu gehört. Und das andere sind die Entscheidungsgrundlagen, also die Kriterien. Und wenn ich gefragt wäre, Vorgehensweisen zu entwickeln, wie man die Verfahren beschleunigen kann, würde ich vermutlich sehr genau die Prozesse durchleuchten und dort Optimierungspotenzial eventuell sehen wollen, obwohl, das muss man dazu sagen, wenn man Entscheidungsgrundlagen nach den Methoden der evidenzbasierten Medizin ausarbeiten will, dass seine Zeit auch braucht. Das kann man nicht aus dem Hut zaubern. Aber trotzdem würde ich auf der Prozessebene schauen, die Bewertungsgrundlagen und Kriterien dagegen unangetastet lassen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Frau Kleinschmeig. Die Frage richtet sich an das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Welche Nachbesserungen am Gesetz schlagen Sie vor, damit das Register im Hinblick auf die Patientensicherheit noch besser werden kann? Frau Dr. Köster-Steinebach, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Ich habe ja schon vorhin ausgeführt, dass bei dem Register es wichtig ist, dass die Ergebnisse, die wir zu bestimmten Produkten haben, möglichst schnell auch in der tatsächlichen Versorgung ankommen. Dabei gibt es zwei Punkte zu beachten. Zum einen ist man in einem Wettlauf mit der Zeit, nämlich, dass während der Zeit, während der Informationen oder Erkenntnisse zu einem bestimmten Produkt generiert werden, es schon einen Modellwechsel gegeben hat, sodass man möglicherweise zu dem Zeitpunkt, wo man etwas über das Produkt weiß, das Produkt gar nicht mehr in der Form auf dem Markt ist. Vor dem Hintergrund schlagen wir vor, dass in die Datenlage eben auch Erkenntnisse aus anderen Ländern, aus anderen Registern, die ähnlich methodisch hochwertig arbeiten, einbezogen werden sollen. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, dass die Erkenntnisse versorgungswirksam werden. Das bedeutet, dass vor der Entscheidung eines Arztes für ein bestimmtes Implantat und auch im Rahmen der Aufklärung des Patienten, die eigentlich auch das Implantat und dessen Qualität dringend umfassen muss, diese Informationen einzubeziehen sind. Das kann man zum einen mit einer Verpflichtung auf der Seite der Patientenrechte machen, aber noch wichtiger an dieser Stelle des Implantatregisters wäre uns eine Aufbereitung der Inhalte so, dass das für Ärzte und Patienten möglichst einfach zu erschließen ist, suchbar, mit guten Auswertungen, mit einer Maske, die das auch benutzerfreundlich gestaltet. Und dafür müssen eben halt auch die Ressourcen personell wie finanziell bereitgestellt werden und auch eine bestimmte Priorität darauf gesetzt werden, dass wir nicht am Ende ein Register haben, das Daten um ihrer Selbstwillen generiert, die aber in der Versorgung nicht wirksam werden für den Schutz der Patienten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulz-Asche. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Der Gesetzentwurf gibt vor, durch die Einrichtung des Implantatregisters die Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit Medizinprodukten zu verbessern. Deswegen möchte ich fragen, ob durch den vorliegenden Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht die Qualität von Medizinprodukten verbessert wird und halten Sie es für wahrscheinlich, dass sich durch den vorliegenden Gesetzentwurf Produktskandale, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, in Zukunft verhindert werden? Vielen Dank, Herr Dr. Detlof. Detlof, GKV-Spitzenverband. Wir sehen, dass im Wesentlichen Skandale lassen sich durch das Implantatregister nicht verhindern, denn im Implantatregister, was als Marktüberwachungsinstrument funktioniert, wie auch vorher schon angesprochen, da werden die Daten erhoben und können dann Aussagen darüber erlauben, wie die Schadenshäufigkeiten sind jeweils. Und die Auswertungen erfolgen natürlich erst dann, wenn die Schäden eingetreten sind. Also ist der Skandal im schlimmsten Fall bereits durch das Implantatregister aufgedeckt, aber nicht verhindert. Was das Implantatregister eben erreichen kann, ist dadurch, dass wir systematisch im Sinne einer Vollerhebung die Daten erheben, möglichst frühzeitig zu erkennen, ob es zu bestimmten Schadenshäufungen kommt, damit man dann nachgelagert Patienten so schützt, dass man eben durch Maßnahmen dann eben die Anwendung dieser Implantate verhindert oder eindämmt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Kleinschmeig. Eine Frage an den GBA, Herrn Hecken. Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es zur Beschleunigung der Verfahren beitragen würde, wenn nicht mehr langwierig über die Frage der jeweils zu fordernden wissenschaftlichen Erkenntnisse beraten werden müsste. Können Sie uns noch mal diesen Vorschlag darlegen? Herr Professor Hecken, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Wir haben in unserer Stellungnahme darauf rekurriert, dass wir eigentlich die Frage, welche Evidenz im Einzelfall zugrunde zu legen ist, bei uns in der Verfahrensordnung geregelt haben und haben dann eben als Instrument der konstruktiven Verbesserung und Beschleunigung der Verfahren vorgeschlagen und in diesem Zusammenhang ist dieser Vorschlag gemacht worden, dass in Zukunft eben Methodenbewertungsverfahren gesetzlich in Abweichung von dem, was der Gesetzgeber jetzt vorsieht oder der BMG vorsieht, auf 30 Monate limitiert ist. Das hat eine Disziplinierungsfunktion, die eben im Einzelfall oder wenn es eine Nutzenbewertungsverordnung entsprechend der 35a-Regelung gäbe, langwierige Fragen über das Ob und Wie des jeweiligen Evidenzgrades vielleicht ein bisschen beschleunigen würde. Wir sehen dann eben vor, Frau Abgeordnete, dass sofern absehbar ist, dass die Bänke innerhalb dieses absehbaren Zeitraumes zu keiner einvernehmlichen Beschlussvorlage oder auch Deszenten kommen, eine Möglichkeit der Unparteiischen gemeinsam besteht, einen Beschlussvorschlag dann binnen der Frist vorzulegen. Dem Vorsitzenden wird die Obliegenheit erteilt und die Pflicht erteilt. Wenn ein solcher gemeinsamer Vorschlag nicht zustande kommt, irgendetwas auf den Tisch zu legen, dass dann am Ende des Tages zum Gegenstand der Beschlussfassung vor Ablauf der 30 Monate gemacht wird, sodass auf dieser Basis, wenn es angenommen wird, eben ein Verfahren abgeschlossen ist, sei es durch Aufnahme, sei es durch Ausschluss, dafür muss aber das Quorum raus oder sei es durch eine Erprobungsstudie oder der BMG möglicherweise eine Grundlage für eine Ersatzvornahme nach altem Recht hat. Und in diesem Zusammenhang wäre eben entweder durch die Bezugnahme auf die Verfahrensordnung oder durch die 35a Analogregelung dann eben auch die Diskussion über die zugrunde zu liegenden Evidenzgrundlagen möglicherweise dann insgesamt zu beschleunigen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulz-Sasche. Ja, meine Frage richtet sich an den Bundesverband Gesundheits-IT. Welche Faktoren könnten dazu führen, dass eine Datenübermittlung über die Telematik-Infrastruktur zu Beginn des Betriebs des Implantateregisters noch nicht möglich ist und warum werden Ressourcen in diesem Fall nicht in die Problemlösung, sondern in den Aufbau einer parallelen Übertragungsmöglichkeit investiert, die ohnehin wieder hinfällig wird? Entschuldigung, Herr Zilch, Sie haben das Wort. Herr Zilch, BVTG. Vielen Dank für die Frage. Die Ausarbeitung des Registers selbst und die Integration in die bestehenden Software-Systeme sowie der Anschluss von Krankenhäusern an die Telematik-Infrastruktur sind jeweils ziemlich komplexe Vorhaben. Probleme bei jedem dieser Teilschritte können somit zu Verzögerungen führen, also zum Beispiel eine spätveröffentlichte Spezifikation für die integrierte Software. Die Komplexität entsteht vor allem dadurch, dass Prozesse geprüft und angepasst werden müssen, das Register entwickelt und ausgerollt werden muss und die Krankenhäuser an die TI angeschlossen werden sollen. Um Tempo zu generieren, können parallele Übertragungsmöglichkeiten helfen. Auch wenn nicht gesetzlich beschrieben, plant das DEMNI nach unserem Kenntnisstand eine Übergangslösung zum Wirkbetrieb. Diese wird wohl nicht die Telematik-Infrastruktur nutzen. Die Telematik-Infrastruktur perspektivisch zur Kommunikation zwischen den Systemen und dem Register zu nutzen, ist zu begrüßen. Eine Übertragung ohne TI über die bereits integrierten Systeme ist aber unsicherer. Der Gesetzgeber hat somit eine Abwägung zu treffen zwischen schnellstmöglicher Verfügbarkeit und Nutzung des Registers und der höchsten Sicherheit in der Übertragung. Klar ist, dass die Übergangslösung keine Dauerlösung werden darf und daher bereits eine klare Frist im Gesetz genannt werden muss, bis wann eine Übergangslösung ersetzt werden muss. Aus unserer Sicht ist es allerdings fragwürdig, ob gleich zwei Übergangsverfahren benötigt werden, also aktuell geplant eine Weblösung sowie eine temporäre Übergangssoftware. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Fragen kommen jetzt wieder von der CDU-CSU-Fraktion und hier stellt die erste Frage Michael Henrich. Anknüpfend an das, was die Frau Dr. Lühmann und der GBA ausgeführt haben zu dem Spannungsverhältnis zwischen Fachaufsicht, Rechtsaufsichtsproblematik und evidenzbasierter Medizin auf der einen Seite und das Thema Beschleunigung des Verfahrens insgesamt, würde ich gerne meine Frage an den GKV-Spitzenverband richten und an das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Was Sie zu den jetzt schon vorgetragenen Vorschlägen machen, wie wir dieses Spannungsverhältnis auflösen könnte, was Ihrerseits erforderlich ist und wir haben ja jetzt diese Tage diese Biomarke beim Thema Brustkrebs, wo ja das ganze Problem meines Erachtens mal öffentlich wurde, was das Thema Verfahrensbeschleunigung angeht. Wie wir das besser in den Griff bekommen können, was Sie von den bisher vorgetragenen Vorschlägen halten? Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Auch wir haben natürlich ein großes Interesse daran, die Entscheidungen möglichst schnell zu treffen. Wir haben in der Vergangenheit auch deswegen langwierige Entscheidungen oder Beratungsverfahren gehabt, weil es keine ordentlichen Daten gab. Das war immer ein großes Problem. Hier könnte man natürlich, indem man eine Art Dossierpflicht für neue Leistungen, so wie wir das beim Amnok-Verfahren haben, einführt, die also bestimmte Anforderungen an die Daten, die bei der Beantragung von der Aufnahme neuer Leistungen in den GBA dann vorliegen müssen, sodass also die aufwendigen Verfahren, die wir jetzt zur Generierung von Wissen über neue Leistungen haben, dann deutlich verkürzen könnten. Zweitens haben wir im Gesetz derzeit Regelungen, die vorsehen, dass wir aufwendige Anhörungsschleifen, doppelte Anhörungs-, eigentlich dreifache Anhörungsschleifen haben. Es gibt eine verpflichtende Anhörung beim ICWIC. Es gibt eine weitere verpflichtende Anhörung, also Stellungnahmeverfahren beim GBA. Und beim GBA gibt es dann zusätzlich nochmal eine verpflichtende mündliche Anhörung. Das sind alles Verfahren, die erhebliche Zeit kosten und damit die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehene Zwei-Jahres-Frist schon fast komplett ausfüllen, sodass also eine ordentliche Beratung im gemeinsamen Bundesausschuss kaum noch möglich ist. Deshalb ist unser Vorschlag an der Stelle hier auf diese doppelten oder quasi dreifachen Beratungsschleifen, Anhörungsschleifen zu verzichten. Natürlich braucht es eine Anhörung der fachlichen Expektise, ist keine Frage, aber die doppelte beziehungsweise dann auch noch die mündliche Anhörung ist nach unserer Einschätzung nicht erforderlich. Der dritte Punkt, den wir eben schon angesprochen haben, ist das Neun-Stimmen-Quorum. Auch hier sehen wir eine Vorgabe durch dieses Neun-Stimmen-Quorum, die dazu führt, dass langwierige Beratungsschleifen gefahren werden, weil es eben nicht ausreicht, eine Bank im gemeinsamen Bundesausschuss zu überzeugen und alle drei und parteiischen, sondern es bedarf eines weiteren Mitglieds im gemeinsamen Bundesausschuss, um einen solchen Ausschluss dann auch zu erreichen. Also von daher, es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die möglich sind, um die Verfahren zu verkürzen. Das ist auch in unserem Interesse. Wir würden allerdings dringend davon abraten, einen Automatismus einzuführen nach zwei Jahren, weil das eben zu den erwähnten Problemen auch bei den Erprobungen führt. Eine Regelberatungsdauer verkürzt auf zwei Jahre mit erstens entsprechender Ausnahmeregelung, zweitens verkürzten Anhörungsfristen und den Voraussetzungen bei den Datenvorlagen wäre sicherlich eine Möglichkeit, hier dem Wunsch nach Beschleunigung nachzukommen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt, Entschuldigung, Frau Dr. Köster-Steinebach. Es ist jetzt schon der zweite vorbei im Zusammenhang mit Ihrer Wortmeldung. Ich darf Ihnen das Wort erteilen. Alles gut. Vielen Dank für die Frage, Ilona Köster-Steinebach für das APS. Wir würden auch von unserer Seite eine Fristsetzung mit Augenmaß für die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses befürworten, weil für die Zwischenzeit eben sehr viel Unsicherheit für Patienten und Leistungserbringer besteht. Und da würde ich gerne Herrn Hecken zupflichten, es braucht Eskalationsstufen, wenn es nicht zu konkreten Entscheidungen oder Entscheidungsvorlagen im Gemeinsamen Bundesausschuss kommt. Der nächste Punkt, den wir gerne einbringen würden, ist, dass es nicht auf den Umfang einer einzelnen Erprobungsstudie ankommt, also dass die möglichst breit ist, das haben wir heute schon gehört, sondern dass die Hürden für die Erprobungsstudien, also relativ, wie soll ich sagen, nicht so hoch angesetzt werden, wenn sie denn wirklich unter Studienbedingungen passieren und zur Generierung von Evidenz eingesetzt werden. Denn es gibt durchaus viele Fälle, wo es interessante Ansätze gibt, wo ein einzelnes Unternehmen nicht verpflichtet werden kann, tatsächlich die entsprechende Evidenz beizubringen. Also eher mehr als besonders groß. Prozessvereinfachungen wurden schon angesprochen und ich würde ganz gerne noch mal darauf hinweisen, dass es auch wichtig wäre, in dem Prozess tatsächlich die Erhebung von Patientenbedarfen in dem Zusammenhang und von methodisch sauber erhobenen Patienten Erfahrungen mit der Methode und den Ergebnissen der entsprechenden Methode mit einzubeziehen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels. Vielen herzlichen Dank. Ich versuche mal die Bitte, um ein Fazit an Herrn Professor Hecken vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu richten. Wir haben ja jetzt in der Fragerunde zur vorgesehenen Beschleunigung der Bewertung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zunächst doch eine relativ starke Linie der Bewertung gehabt und ich würde behaupten, dass die vielleicht jetzt gerade auch mit Rücksicht auf die Bemerkung von Frau Dr. Pfeiffer zumindest mal etwas relativiert worden ist. Deshalb würde ich Sie bitten, auszuführen, ob dann Unterwürdigung dieser jetzt verschiedenen vorgetragenen Aspekte ihr ursprünglicher Standpunkt nach wie vor Bestand hat oder vielleicht etwas relativiert werden könnte oder müsste. Herr Professor Hecken. Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, nein, Herr Abgeordneter Kippels, selbstverständlich muss der Standpunkt nicht relativiert werden. Ich knüpfe an das an, was eben Frau Dr. Lühmann gesagt hat. Wir müssen unterscheiden zwischen der prozeduralen Ebene und der Ebene der Entscheidungsgrundlagen. Wir haben zuerst im ersten Block über die Entscheidungsgrundlagen diskutiert und da war, glaube ich, allen Teilen Konsens, dass hier die Grundsätze der evidenzbasierten Medizin gelten müssen. Der zweite wichtige Block ist die Frage, wie kann man die Verfahren unter Geltung der Prinzipien der evidenzbasierten Medizin auch im Interesse der schnellstmöglichen optimalen Patientenversorgung beschleunigen. Und da knüpfe ich an an das, was sowohl Frau Dr. Pfeiffer wie auch Frau Dr. Köster-Steinebach gesagt haben. Ich halte es auch für wichtig, wobei ich eine Dossierpflicht absolut identisch mit dem Amlog niemals verlangen kann, weil ich ja hier keinen Unternehmer habe, der irgendeinen Antrag stellt, sondern üblicherweise wird ein Methodenbewertungsantrag ja von irgendeiner Bank gestellt und da wird ja auch eine gewisse Plausibilität verlangt. Aber ich halte hier eine Verfahrensbeschleunigung durchaus für möglich, indem er zumindest die Stellungnahmeschleife in der ICWIC-Bewertung wegfallen lässt. Das ICWIC macht eine Vorarbeit für den Gemeinsamen Bundesausschuss ganz wichtig. Wir führen aber das öffentliche Bewertungsverfahren durch und wir haben am Ende die Verantwortung zu verantworten, jedenfalls heute noch. Das will der eine oder andere ändern, aber heute ist es noch so. Und deshalb sollte bei uns ein Stellungnahmerecht durchgeführt werden, mit der Option in Einzelfällen auch auf das mündliche Stellungnahmeverfahren zu verzichten. Nicht generell, denn manchmal ergeben sich so konträre Stellungnahmen, dass man das eben nur im Dialog miteinander wie heute Nachmittag klären kann oder sich überhaupt mal ein Bild machen kann. Aber es müsste die Option möglich sein, wenn das alles, sag ich mal so, eher trivial ist, dass man sagt, man nimmt die schriftlichen Stellungnahmen, wertet die ausweislich der zusammenfassenden Dokumentation aus, setzt sich mit den Dingen nachher im Schluss auseinander. Dann hätte man eine Beschleunigung, die es aus meiner Sicht ermöglichen könnte, innerhalb einer Frist von 30 Monaten, nicht 24 Monaten, im Extremfall eine Entscheidung zu erzwingen. Und da bin ich so ein bisschen anderer Auffassung als Frau Dr. Pfeiffer. Aber ich glaube, wir brauchen da, wie Frau Köster es gesagt hat, eine Eskalation und einen Konfliktlösungsmechanismus. Das war ja auch das Anliegen des BMG, dass es nicht zu einer Selbstblockade kommt, in dem die eine Seite nur die Evidenz reicht und nicht die andere Seite nur die Evidenz reicht und die Verfahren ziehen sich und ziehen sich und ziehen sich. Deshalb unser Vorschlag, ich sage ausdrücklich, nicht der Vorschlag des GbH, sondern der unparteiischen Mitglieder gemeinsam. Wenn wir absehen, dass innerhalb dieser 30 Monate ein Beschlussvorschlag der Bänke nicht zustande kommt, die Verpflichtung an uns, gemeinsam einen Beschlussvorschlag vorzulegen, über den dann abgestimmt wird, der entweder angenommen wird oder nicht angenommen wird, für den Fall, dass er nicht angenommen wird, aber dann möglicherweise ein Anhaltspunkt für eine rechtsaufsichtige Prüfung oder sonstige nachfolgende Maßnahmen sein kann, weil ich davon ausgehe, wenn wir die Geschäftsstelle beauftragen, dass dieser Beschlussvorschlag nicht gänzlich evidenzfrei ist, sondern schon relativ in der Nähe dessen, was man auch auf der Basis evidenzbasierter Medizin vertreten kann. Das braucht aber dann einen Verzicht auf das Quorum, denn es wäre absurd, wenn unser Vorschlag nur darin bestehen könnte, zu sagen, wir definieren jetzt mal, unter welchen Voraussetzungen und sowas in die Versorgung kommt. Das muss auch neben allgemeinen Qualitätssicherungsanforderungen beinhalten können im Worst-Case-Szenario. Wir haben keine Evidenz, wir sehen auch keine Evidenz am Himmel, es gibt auch kein Potenzial, eine Erprobungsstudie hat keine Aussicht auf Erfolg und dann findet diese Methode eben nicht mehr statt. Und das ist eben alles Maßnahmenpaket auf der prozeduralen Ebene und stellt die Grundlagen der evidenzbasierten Medizin nicht in Frage und kann aber trotzdem so ein bisschen die Daumenschrauben andrehen, damit nicht zu lange und zu philosophisch über bestimmte Fragestellungen diskutiert wird, die man möglicherweise mit weniger Philosophie dann eben auch einem vernünftigen Ergebnis zuführen kann. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Prof. Dr. Schmidke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Beckmann als Vertreter des Deutschen Ortenklappenregisters und der DGTHG. Es gibt ja in Ihrem Fachbereich eine bereits etablierte externe Qualitätssicherung. Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht ein ergänzendes, langfristig ausgerichtetes Implantateregister? Herr Dr. Beckmann. Herr Vorsitzender, Frau Prof. Schmidke, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, man kann klar feststellen, dass wir bei der Konstruktion des Deutschen Ortenklappenregisters zwingend darauf geachtet haben, erstens redundante Datenerhebung zu vermeiden und zweitens dem Gebot der Datensparsamkeit nachzukommen. Deswegen haben wir uneingeschränkt den Datensatz ins Deutsche Ortenklappenregister übernommen, haben aber unsere Blickweise geändert insofern, als dass wir die Krankenhausvergleich, wie ja bei der externen vergleichenden Qualitätssicherung, also den Leistungsverbringer-Ergleich, in den Hintergrund geschoben haben und dafür auf die Produktsicherheit und insbesondere auf die Patientensicherheit schauen. Dies bietet selbstverständlich den Vorteil, dass wir im Zusammenhang mit der hier zu Diskussionen stehenden Einrichtung des Implantateregisters Deutschlands auch bereits in Gesprächen mit dem BMG sind diesbezüglich, weil man hier, glaube ich, zu der Einschätzung gelangt ist, dass das Deutsche Ortenklappenregister ein möglicher Baustein sein könnte zukünftig. Das Zweite für uns aber, der wesentliche Punkt ist, dass wir die Patienten seit mehreren Jahren, genau seit dem Jahr 2010, mit regelmäßigen Anrufen, zumeist ein, drei oder fünf Jahren einem Follow-up unterziehen. Das heißt, wir wenden uns genau an die Menschen, was ihre Erfahrungen mit den Implantaten sind, beziehungsweise wie es ihnen insbesondere geht und das ist eins für uns der entscheidenden Unterschiede, wie sie selbstverständlich bei der externen Qualitätssicherung bestehen, die ja eine jährliche Betrachtung vornimmt. Abschließend möchte ich gerne noch sagen, dass ich glaube, dass man sich die Frage stellen muss, wenn es weltweit anerkannte Gütekristerien von Registern gibt, die heißen Vollständigkeit, Validität, Reliabilität und Objektivität, dass man sich, glaube ich, sehr gut überlegen muss, wie man eine Entscheidungsgrundlage dafür findet, von diesen Kriterien, die sicherlich von der evidenzbasierten Medizin lange anerkannt sind, abweichen zu möchten. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Reukühne. Meine Frage richtet an den Einzelsachverständigen Herrn Joachim Brückmann. Aktuell sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Gesundheitseinrichtungen und die bereits bestehenden Implantatregister die Behandlungs- und Implantatendaten direkt an die Registrierstelle, beziehungsweise an die Vertrauensstelle melden. Wie bewerten Sie diesen Weg und parallel den derzeit von den einzelnen Krankenkassen vorgeschlagenen Weg, diese Daten stattdessen über die Krankenkassen an die Registerstelle zu übermitteln? Vielen Dank. Herr Brückmann. Joachim Brückmann. Wir haben derzeit die Situation, dass wir im Deutschen Endoprothesenregister ein Verfahren praktizieren, das sich in der Praxis sehr gut herausgestellt hat, sehr gut funktionierend herausgestellt hat, bei dem wir es vermeiden können, dass überhaupt Daten, die nicht für die Vertrauensstelle bestimmt sind, den Weg zu ihr finden. Das heißt, alles das, was nur für die Vertrauensstelle bestimmt ist, geht an die Vertrauensstelle und alles das, was nur für die Registerstelle bestimmt ist, geht an die Registerstelle. Und das ganze System funktioniert trotzdem. Wir müssen also nicht doppelt irgendwie Daten inhaltlich verschlüsseln oder ähnlich komplexe Verfahren in Angriff nehmen, um das realisieren zu können. Ich habe in meiner persönlichen Stellungnahme die Problematik mit den lang andauernden Transaktionen mal etwas genauer und anschaulicher beschrieben, weil das technisch nicht so ganz unkompliziert ist. Das würde auch den Rahmen hier sprengen, das jetzt im Einzelnen zu erklären. Fakt ist aber, dass die dort von uns eingesetzten Technologien internationaler Standard sind, überall auf der Welt, für alles, was in der freien Wirtschaft heute so gemacht wird. Wir haben im deutschen Gesundheitswesen auch im Rahmen des Prozesses der Verbesserung der Digitalisierung hier noch nicht wirklich den Anschluss gefunden. Hier werden noch viele Verfahren eingesetzt, die technologisch noch weit hinterher hängen, hinter dem, was man in der freien Wirtschaft salopp gesagt so macht. Wir haben, glaube ich, im Endoprothesenregister Deutschland gut zeigen können, dass die Adaption dieser Verfahren aus der freien Wirtschaft auch im Gesundheitswesen hervorragend funktioniert. Insofern halte ich es für sehr zweckmäßig, auf diese technologischen Grundsätze auch beim Aufbau des neuen deutschen Endoprothesenregisters Rücksicht zu nehmen und sie zu integrieren und nicht zurückzufallen in Technologien, die zum Teil 15 bis 20 Jahre alt sind und längst überholt. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mondstadt. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Arbeitgeberverband Zahntechnik EVAVZ. Wie sinnvoll erachten Sie langfristig auch die Einbindung von Zahnimplantaten in das Implantatregister, um auch in diesem Versorgungsbereich mehr Transparenz herstellen zu können? Danke sehr. Herr Heckens, Sie haben das Wort. Manfred Heckens, Arbeitgeber für Zahntechnik. Ich halte es mehr als sinnvoll, bei mehr als einer Million Implantaten, die jedes Jahr in den Mündern deutscher Versicherte eingebracht werden, haben wir es mit einer relativ hohen Unsicherheit zu tun von Herstellern. Wir haben nahezu in Norditalien 1.400 Garagenhersteller, die Implantate auf den Markt werfen. Kein Mensch weiß, wo die Dinge herkommen, wie sie geprüft sind, sondern sie werden nach Rabattstufen verkauft. Der Misserfolg durch DNA-verschmutzte Schleifkörper während der Implantation ist so hoch, das heißt also, die Quote von etwa zwischen 5 und 10 Prozent Misserfolg wird als gegeben angesehen. Aber es gibt keine statistischen Auswertungen, weil die Zahnärzteschaft führt ja nicht gegen sich selbst ein Mankoregister, sondern sie sagen im Zweifelsfall machen wir es raus und setzen das ganze Teil zu Lasten des Versicherten an einer anderen Stelle. Deswegen sind wir der Meinung, tatsächlich ein funktionierendes Implantatregister auch mit der Entfernung von Implantaten und der Dokumentation einzurichten, das halten wir für zwingend notwendig. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Schmidke. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Joachim Brückmann und an den GKV-Spitzenverband. Im Gesetz sind Informationswege vorgesehen, um Patientinnen und Patienten über mögliche Ereignisse und Vorkommnisse binnen einer Frist von drei Werktagen zu informieren. Dies soll über die verantwortlichen Gesundheitseinrichtungen erfolgen. Erachten Sie diesen vorgesehenen Informationsweg als geeignet oder müsste eine solche Information über einen anderen Weg laufen. Herr Brückmann. Ja, Joachim Brückmann. Vielen Dank für die Frage. Ich bin tatsächlich an dieser Stelle auch der Meinung, wie der GKV-Spitzenverband das auch in seiner Stellungnahme geschrieben hat. Es ist faktisch zweckmäßiger, die Patienten über die Krankenkassen zu informieren, statt das über die Leistungserbringer zu tun. Und zwar deshalb, weil wir hier unter Umständen sehr lange Zeiträume haben zwischen der stattgefundenen Operation und einer möglichen auftauchenden Auffälligkeit von Produkten. In der Zwischenzeit kann in Bezug auf den Patienten viel passiert sein. Namensänderungen durch Heirat, Umzug, die alten Adressen stimmen nicht mehr und so weiter und so fort. In den Besitz dieser neuen Daten gelangt der Leistungserbringer nicht. Das wissen nur die Krankenkassen. Daher ist es aus meiner Sicht tatsächlich effizienter und auch effektiver, den Weg zu gehen, bei einer solchen Maßnahme die Krankenkassen zu informieren, sodass sie den Patienten erreichen können. Was ich allerdings nicht machen würde, ist, das in irgendeiner Form durch die Krankenkassen selbst ermitteln zu lassen, indem sie auf der Basis übermittelter Implantat-IDs herausfinden können, welcher Patient davon betroffen ist. Sondern welcher Patient davon betroffen ist oder überhaupt welche Produkte, ist zunächst einmal aus meiner Sicht Aufgabe des BFARMS. Wenn wir herausgefunden haben, welche Produkte auffällig sind, dann kann man innerhalb des Implantatregisters sicherlich darauf zurückgreifen, zu ermitteln, welche Patienten denn von diesen Produkten betroffen sind. Und die Patientenidentifikation zu diesen betroffenen Patienten, die können wir auf denselben technologischen Wegen sehr kostengünstig an die Krankenkassen übermitteln, sodass sie in die Erfahrung oder in das Wissen kommen, welcher Patient informiert werden muss in einem solchen Fall. Vielen Dank. Herr Dr. Detloff, Sie haben noch 30 Sekunden. Ich stimme den gemachten Angaben von Herrn Brückmann vollumfänglich zu. Wir sehen das auch so. Der Weg über die Kassen ist der gangbare. Gleichwohl sind wir der Auffassung, dass die Übermittlung der Patienten-ID über die Abrechnungsdaten erstens eine Doppelnaht vorsieht, was die Patienteninformationen und Kontaktierung vorsieht. Weil diese Daten sollten die Kassen auf alle Fälle haben, um dann eben die Patienten auch dann entsprechend informieren zu können. Und sie brauchen sie auch für andere Zwecke, die in der Stellungnahme von uns hinreichend ausgeleuchtet sind. Vielen Dank. Die abschließenden Fragen kommen von der SPD-Fraktion. Und ich darf Frau Dittmar das Wort erteilen. Ja, Dankeschön. Meine Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. In ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass entscheidende Fragen im Umgang mit Explantaten und im Umgang mit als defekt erkannten Implantaten ungelöst blieben. Welchen gesetzgeberischen Handlungsbedarf sehen Sie hier konkret? Herr Prof. Dr. Markowitz, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, bitte noch mal zu entschuldigen, da ich wieder zu schnell war. Frau Abgeordnete, es ist so, dass vieles in diesem Implantateregistergesetz durch die Gesetzesverordnung geregelt werden soll. Der jetzige Paragraf 37. Und das, was da geregelt werden soll, ist ein bisschen viel. Wenn es tatsächlich so sein soll, dass das Implantateregister Deutschland unterschwellige Probleme aufspürt, dann bedeutet das zunächst mal, dass ich relativ schnell Daten liefern muss als Gesundheitseinrichtung. Das heißt, da muss ich Fristen setzen. Wünschenswert wäre alle vier Wochen. Das wird Sie in der Praxis nicht durchsetzen lassen, aber quartalsweise muss es dann doch sein. Wenn ich die Gesundheitseinrichtungen dazu verpflichte, so rasch zu liefern, dann muss ich als auswertende, datenauswertende Stelle ebenso schnell sein. Weil sonst gelingt es mir ja nicht, unterschwellige Probleme schnell und bevor es zu größeren Problemen kommt, zu erfassen. Das ist das eine. Das zweite. Wenn jetzt so ein Implantat als fehlerhaft erkannt wird, dann wird es nicht immer, aber doch häufig ausgebaut und durch ein anderes ersetzt. Die Analyse, was mit diesem Implantat nicht stimmt, wird derzeit den Herstellern überlassen. Es gibt keine unabhängige Stelle, die sich um die Analyse kümmert. Und es gibt letztendlich auch überhaupt kein Konzept, welche Experten man damit betrauen soll, ob man das nach extern vergeben will, ob man das selber aufbauen will und so weiter. Die externe Analyse oder die Analyse von Implantatversagen ist aber etwas ganz Entscheidendes. Und letztendlich ist auch nicht geklärt, ob man nicht die Gesundheitseinrichtungen möglicherweise dazu verpflichten sollte, alles, was man explantiert hat, letztendlich zu asservieren, um im Zusammenhang mit später auftretenden Problemen dann einen relativ großen Fundus an zu untersuchenden Implantaten zu haben. Das würde allerdings Gesetzesänderungen erfordern, weil bislang gehört das Implantat, nachdem es mal unter die Haut eines Patienten gelangt ist, dem Patienten selber. Das sind ungelöste Fragen, die aber ganz entscheidend sind zur Funktionstüchtigkeit des Implantatregisters und darauf wollte die AWM hinweisen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Prof. Hasenplug. Ist nach Ihrer Einschätzung neben der Europäischen Datenbank Eudamid ein nationales Implantatregister notwendig? Herr Prof. Dr. Hasenplug. Ja, Joachim Hasenplug, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ja, um das ganz kurz zu machen, weil der Informationsgehalt des Registers Eudamid ist ein anderer. Es dient anderen Zwecken als das nationale Implantatregister. Das nationale Implantatregister hat detaillierte Informationen, nicht nur zum Produkt, sondern auch zu den Prozessinformationen, zu den Patienteninformationen, die dort mit einbeschlossen sind. Und im Übrigen ist eine Überführung der Daten aus dem nationalen Register über die Unique Device Identification, also über UDI, ohne Probleme möglich, weil diese Nummer zentral in dem ganzen System enthalten ist. Nur ganz kurz zum Austausch auch noch. Bisher ist ein sehr intensiver Datenaustausch mit dem britischen Register für Kunstgelenke vonstattengegangen, sodass fast ein Abgleich der Systematik hier vorgenommen worden ist bezüglich der Produktdatenbank. Und das ermöglicht dann, dass man von den Ergebnissen her unter Umständen als Perspektive größere Fallzahlen zugrunde legen kann und Fehler frühzeitiger oder Fehlentwicklungen frühzeitiger detektieren kann, als wenn man nur die nationalen Fälle hat. Also das internationale Kooperieren ist ein ganz fester Bestandteil und ein sinnvoller Weg, Voraussetzung, dass man sich über das Gleiche unterhält, also dass man beim Aufbau schon sich abstimmt, wobei Deutschland eine wesentliche Rolle spielen wird, denn die Zahl der Implantationen ist erheblich. Das, was aus dem EPRD berichtet worden ist, zum Beispiel beim künstlichen Gelenkersatz, dort sind jetzt schon aufgrund der freiwilligen Leistungen eine Million Datensätze drin. Das hat das englische Register nach, weiß ich nicht, wie viele Jahren erreicht. Also das wird bedeutsam, was wir hier machen. Und ich glaube, da kann man wirklich zuversichtlich in die Zukunft schauen. Vielen Dank. Frau Behrens. Ja, meine Frage richtet sich an die Vertreterin des MDS. In ihrer Stellungnahme thematisieren Sie die Frage der Erfassung von Produktauffälligkeiten durch das Implantatregister unterhalb der Vorkommnisschwelle. Bitte erläutern Sie kurz, welchen Regelungsbedarf Sie hier sehen. Frau Dr. Hermann-Frank, Sie haben das Wort. Entschuldigung. Entschuldigung, Hermann-Frank, MDS. Wir sehen es für absolut notwendig an, dass wir eine qualitätsgesichtete Produktdatenbank haben mit sehr spezifischen Produktinformationen. Ein Beispiel, das ich hier gerne anführen würde, ist zum Beispiel die Problematik von Metallabrieb oder Korrosion bei bestimmten Kombinationen von Metallkomponenten bei Endoprothesen. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine differenzierte Auswertung zur Qualität von Implantaten auch für die Patientensicherheit ist. Und entsprechende Produktinformationen sind eben auch zur Bewertung von Auffälligkeiten bestimmter einzelner Modelle oder auch Artikelkombinationen notwendig. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Müller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an den GBA. Und zwar haben Sie ja in Ihrer Stellungnahme angedeutet, im Rahmen des Paragrafen 137c SGB V, dass die Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus eine Ungleichbehandlung zwischen den Methodenbewertungsverfahren im ambulanten Bereich und im Krankenhaus beinhaltet. Können Sie das noch mal näher erläutern und eine gangbare und Ihrer Meinung nach sachgerechte Alternative darlegen? Herr Professor Hecke, Sie haben jetzt zweieinhalb Minuten Zeit. Das reicht Dicke. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, für die Worterteilung. Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Das bezieht sich schlicht und ergreifend darauf, dass wir zum einen bereits mehrfach angesprochen im Bereich Krankenhaus das Quorum haben, das wir im Bereich des 135 nicht haben. Und Gleichbehandlung zweiter Punkt im jetzigen Gesetzentwurf wird auf der einen Seite für die Verfahren nach Paragraf 135 dann eben die sehr rigide Frist gesetzt. Für die Verfahren nach 137c wird dann eben dann wesentlich stärker auf den Weg in andere Bereiche, Erprobungen etc. pp. verwiesen und wir halten es für wichtig und richtig, wenn es auch unbeschadetes Umstand ist, dass im Krankenhaus die Methode ja regelhaft erbracht wird, es sei denn, sie wird unter Einsatz eines Hochrisikomedizinproduktes als Nop-Leistung erbracht und unterliegt dann nicht dem klassischen Verbotsvorbehalt, sondern einem Methodenbewertungsverfahren durch den GBA nach 137e werden es für wichtig, dass diese beiden Verfahren eben angenähert werden in ihrer Struktur und in ihren Prozessläufen. Bei der Evidenz sind sie ja heute ohnehin noch angenähert und werden es auch bleiben, insofern die Pläne jetzt eben nicht Realität werden. Frau Dittmar, Sie hätten noch? Wir bedanken uns für die Zeitspende. Ich bedanke mich bei den Fragestellern, aber ganz besonders bei den Experten für die Positionierungen und ich bin mal gespannt, welche Änderungsanträge zum Gesetzentwurf der Bundesregierung aus dem Parlament kommen, nachdem wir hier im Gesundheitsausschuss uns diese vielen Antworten angehört haben. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und wünsche noch einen schönen oder angenehmen Nachmittag und Abend.